Wenn ihr das hier schät, bin ich tot. Wir sind fertig, du und ich. Du bist eine Enttäuschung. Ein Versager! Jährelang hast du diesen Krieg geführt. Und wofür? In Gotham gedeiht weiter die Korruption. Sie lauert in jedem Schatten. Du brauchst die Maske nicht. Ich weiß du bist es. Rassai Ghul. Du hast die Plasphemie geduldet. Diesen Frevel. Dachtest du, ich sehe das nicht? Deine Kriegs werden Gotham nicht von der Abrichtung rechnen. Nicht jetzt! Diese Stadt steht an meinem Schutz. Dachtest du, ich sehe das nicht. Es wird dir niemand helfen. Von dem kann ich mich selbst. Huh? Dachtest du, ich sehe das nicht. Geht auf! Bald ist es vorbei! Du redest zu viel. Geht auf! Du solltest doch wissen, dass du mich nicht besiegen kannst! Ich wäre hewig! Ich will nicht, welche Ehre ich dir erwiesen habe! Ich mach dir nichts zu meinem Herb! Ratze uns zu sehen, dass du sogar das überlebst! Anders als du fürchte ich den Tod nicht. Ich bewahre mir meine Menschlichkeit. Ich bin der Schmuck! Halt! Ich bin der Schmuck! Ich bin der Schmuck! Ich bin der Schmuck! Ah! 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 Du bist tot, bevor sie hier sind. Deine teure Familie. Ich schlachte sie ab. Einen nach dem anderen. Und wenn sie ihr Leben ausgehaucht haben... ...verbrenne ich diese Stadt zu Asche. So weit kommt es nicht. Gotham ist jetzt ihre Stadt. Sie kommen zurück. Sie kommen zu den Zellen. Siet keine Schuld. Oh mein Gott! Geh! Wenn ihr das hier seht, bin ich tot. Das ist ein Code Black. Die Nachricht wurde verschickt, als ich die Betthülle zerstört habe, samt allem, was sie enthalten hat. Was jetzt kommt, wird nicht einfach. Da! Aber dann... Nichts, was wir tun, ist einfach. Ich habe mich so gut vorbereitet wie möglich. Und es habt ihr euch auch. Tut mir leid, was passiert ist. Wie wir wissen, werden die Verbrecher Gothams schnell merken, dass Batman verschwunden ist. Verlasst euch nicht auf das GCPD. Sie trauen uns nicht mehr seit Jims Tod. Einsatzerlaubnis erteilt. Grenade! Ich vermache euch den Glockenturm als euer Hauptquartier. Die Technik ist etwas veraltet. Aber ihr findet dort Ausrüstung und meine Acker. Viele von euch kennen Bruce von Gothams Promi-Seiten. Ein hübscher, charmanter Milliardär. Das war er auch. Aber er war mehr als eine Headline. Er war mein Neffe. Er war ein Freund. Ein Mentor. Und ein Wohltäter für alle, die heute hier versammelt sind. Und jenen, die ihn nicht so gut kannten wie wir, will ich Folgendes sagen. Bruce war Gotham. Er liebte diese Stadt mehr als alles andere. Er war ein Beschützer dieser Stadt. Im Verborgenen arbeitete er unermüdlich für Gerechtigkeit und auch Gleichheit. Er hätte alles getan und jedes Projekt unterstützt, wenn es nur zum Wohl Gothams war. Und wenn wir uns daran erinnern, erinnern wir uns an Bruce. Wie er wirklich war. Ich hab mich immer auf euch verlassen können. Ich weiß, ihr werdet Gotham schützen. Viel Glück. Und lebt wohl. Ich versuche mich immer auf euch. Und ich weiß, das ist nicht so schwer, weil ich mich nicht auf euch wie er noch ausgelegen. Ich weiß nicht, dass ich mich wirklich dabei bin. Ich versuche das Haus. Deswegen advertisements zuvor. Ich versuche das Haus. Ich versuche das Haus. Ich versuche das Haus. Ich versuche das Haus. Denehmann zu versen. Wie geht's Alfred? Wahnsinnsrede. All das mit dem Beschützer, der im Verborgenen arbeitet. Wenn er nur wüsste. Catherine wär nicht hier, wenn sie einen Verdacht hätte. Die Anti-Selbstjustiz-Polizeichefin käme ansonsten wohl kaum zu Batmans Beerdigung. Hier ist noch was, das sie nicht weiß. Batmans Mörder liegt in ihrem Leichenschauhaus. Ra's al Ghul ist nicht identifiziert und wird bald eingeäschert. Was, wenn die Liga der Schatten ihn findet? Ab in die Lazarus-Grube mit ihm und schon ist er weniger tot. Willst du ins GCPD-Hauptquartier einbrechen wegen was, Lem? Bitte nur zu. Ich hab den Fall dekodiert, den Batman geschickt hat. Konzentrieren wir uns darauf. Ich hab's gesehen, aber fehlt da nicht irgendwas? Er wirkt unvollständig. Ich denke, Ra's hat ihn beim Schreiben unterbrochen. Er schreibt, die Folgen könnten Gotham bis tief ins Mark erschüttern. Rominös, aber nicht sehr hilfreich. Da waren ein paar Orte zum Untersuchen. Baustellen, Steinbruch. Er erwähnt auch einen Dr. Langström. Kennt den jemand? Ein Zoologe an der Gotham University. Kein Plan, was er damit zu tun hat. Teilen wir die Arbeit auf. Danach treffen wir uns im Glockenturm. Machen ihn fett. Und wer redet mit Langström? Ich bin ein Zoologe. Ich bin ein Zoologe in der Erde. Ich bin ein Zoologe an. Und was er? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin an der Gotham University. Ich suche also einen Professor? Kirk Langstrom. Die halbfertige Datei war an Batmans Code Black angehängt. Das ist was Großes. Halte die Augen nach Hinweisen offen. Ah! Er wurde schon identifiziert. War wohl Dozent hier. Kirk Langstrom. Gut. Ich melde es auf dem Weg zur Leichenhalle. Langstrom weilt nicht mehr unter uns. Weißt du, wo sein Büro sein könnte? Ich habe gelesen, dass Langstroms Büro in Moulton Hall ist. Im zweiten Stock. Danke, Glockenturm. Jemand hat die Balkontüren im zweiten Stock offen gelassen. Bodycam-Aufnahme. Was ist das wohl? Die Polizei war nicht lange hier. Langstrom kann nicht hier gestorben sein. Moment. Ich sollte mich genauer umsehen, bevor ich gehe. Was sind das für Spuren? Die wirken... neu. Hast du was gefunden, Robin? Ich habe nur absoluten Mist hier. Hier ist garantiert etwas. Ich muss nur alle Puzzleteile finden. Brauchst du Verstärkung? Damit du nicht die ganze Nacht über deinen Theorien grübelst. Passt schon, Red Hood. Okay. Sei vorsichtig. Wenn du doch was brauchst... Ruf ich dich. Was ist hier nur passiert? Hier ist also Langstrom gestorben. Das GCPD ist ja ziemlich schnell verschwunden. Ist das ihnen egal, oder...? Anscheinend wurde Langstrom an seinem Arbeitsplatz angegriffen. Der Blutverlust war... hoch. Spuren eines Kampfes. Wer auch immer es war... hat ihn an die Wand gedrückt. Schrecklich. Langstrom hat sich vor seinem Tod zu diesem Schrank geschleppt. Warum wollte er nicht zur Tür? Ja. Ist das eine Geheimtür? Langstrom hat etwas hinter dem Schrank versteckt. Ein Thermostat wäre ein gutgetantes Coachloss. Langstrom hat bestimmte Tage eingekreist. Warum wohl? Langstrom war wohl ein Filmfan. Hat das Erscheinungsdatum was zu bedeuten? Eine Telefonnummer. Die Vorwahl kenne ich aber nicht. Vielleicht öffnete Langstroms Tablet die Tür. Langstrom hat hier eine Mikrowelle. Das ist nicht sehr hygienisch. Hey, ist die gemordet? Na also. Bin gespannt, was Langstrom hier so sorgfältig versteckt hat. Was ist das denn? Hat er die DNA dieser Wesen verändert? Sehr unethische Forschung. Dr. Langstrom hat echt ein paar krasse Leichen im Keller. Langstroms Arbeitsplatz. Hier finde ich bestimmt etwas Nützliches. Das könnte nützlich sein. Eine Festplatte. Wenn sie hier unten ist, ist wahrscheinlich etwas Gutes drauf. Oder etwas sehr Schlechtes. Ich breche auf. Die Polizei hat vieles übersehen. Komische Spuren an den Wänden, ein Geheimlabor. Ich habe eine Festplatte gefunden, die uns vielleicht mehr über Langstroms Arbeit verrät. Ich freue mich schon drauf, die zu knacken. Bis bald. Feueralarm? Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das ist wohl eine gute Nacht für die Freaks, um zu randalieren. Die Gangs haben Gotham fester im Griff, seit Batman nicht mehr eingreift. Die Freaks wollen allen zeigen, dass sie die Kontrolle haben. Ich blase die Party lieber an. Die Gerne kann man ja nicht einmal in Ruhe abschwackeln. Mach doch den Streitfeueralarm aus. Die hauen ja richtig auf den Kutz. Feueralarm! Stürm! 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 Schöne Überraschung. Der durchschnittliche Zündpunkt der meisten Sachen liegt zwischen zwei. Wenn ich es gut mache, merken sie gar nichts. Steigt ihr der Rauch zu Kopf, Alter? So, genau wie Batman. Jetzt brennst du Gras. Niemand brennt. Zeit fürs Schläfchen. Rumpel, 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 rumpel. Warum seid ihr Freaks eigentlich gegen höhere Bilde? Wenn das so weitergeht, stürzt das ganze Gebäude ein. Geht so weiter. Geht so weiter. Ha, ha, ha! Ha! Freisen. Das lässt mir nicht viel Zeit. Ja! Kom, kom. Ich habe Geld! Wie kommt ihr? Hilfe! Die lassen uns gehen! Geh! Hey! Ich bin der Weg! Komm! Hey! Du, hol mich raus! Hey! Ich bin der Weg! Du musst mir helfen! Das muss ich mir ansiehen! Mist! Ich bin der Weg! Jetzt! Oder mich nicht! Lass dich! Na! Alter! Dieser Freak verlandt nach einem letzten Tags! Oh, Alter! Oh! Ich bin der Weg! Ich bin der Weg! Du warst echt unglaub! Keine Bewegung! Nein! Sei froh! Kaputt! Schnell! Komm ab von hier! Ja! Ha! Das letzte Kämpf! Oh! 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 War wir und Sanitäter kommen gleich! Bist du verletzt? Nicht schlecht! Bilde Nacht! Ich komme mit Langstromms Festplatte zurück! Vielleicht verrät sie uns warum er tot ist! Oh! Buu! Oh! Was ist das? Na gut, ich komme mit einem Geschenk zum Glockentor. Wir sind hier. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Sobald wir die Daten haben, entscheiden wir, was zu tun ist. Ich gehe raus. Ich sitze nicht rum und warte auf. Was immer das hier ist. Wir warten auf Infos, Jason. Wenn wir sie haben, dann gehen wir. Weg da. Ich löse den Fall auf meine Art. Hört auf! Er wollte, dass wir zusammenarbeiten. Wie du meinst. Aber das macht es uns unnötig schwer, Kleiner. Ich schätze, während wir sowieso hier warten, können wir nochmal durchgehen, was Bruce über Langstrom wusste. Mist! Das war wohl die zweite Sicherung. Die erste ist vor Monaten durchgebrannt. Ich dachte, der Ersatz hält. Ich mach das. Nicht nötig. Ich hab's gepflegt. Das sollte wohl eine Weile halten. Hatte Zweifel, ob du kommst, Alfred. Ich werde immer hier sein, wenn sie mich brauchen, Master Richard. Wenn einer von ihnen mich braucht. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch, Master Tim. Es gibt hier sehr viel zu tun. Verdammt! Überall in der Stadt gibt's Aktivitäten. Klasse. Mein Plan gewinnt dann wohl. Wartet. Was ist mit der Info? Und Alfred kann hier nicht ganz allein klar Schiff machen. In der Tat, Miss Gordon. Ich habe notiert, was wir brauchen. Ich kann es allein schaffen, aber mit Hilfe ginge es schneller. Verlass dich auf uns, Alfred. Wir helfen alle mit. Setzen wir Bruce' Arbeit fort. Langstroms Geheimlabor war etwas eklig, aber auch cool. Was ist mit dem Steinbruch? Hast du was Interessantes gefunden? Nur, falls du nutzlose Steinhaufen interessant findest. Der war echt verlassen. Wenn auf der Festplatte auch nichts drauf ist, fangen wir wieder bei Null an. Langstrom hätte sich kaum die Mühe gemacht, die Festplatte zu verschlüsseln, wenn nichts Wichtiges drauf wäre. Und wenn wir alle daran arbeiten, lösen wir den Fall bestimmt. Wir sollten da draußen Antworten suchen, statt rumzusitzen. Verdammt. Warum musste Bruce das für uns geheim halten? Ich hätte wissen sollen, dass etwas nicht stimmte. Hätte er doch bloß mit mir geredet. Hm. Dann würde er vielleicht noch leben. Oder du bist auch tot. Wir werden es wohl nie wissen. Versprich mir nur, dass du es uns sagst, wenn du was findest. Wir sind ein Team, Jason. Ja. Okay. Hier, Glockenturm. Wir sind jetzt voll einsatzbereit, aber kommen Sie noch nicht her. Was gibt's? Soll ich eine Pizza holen? Für Langstroms Festplatte wird ein Biodecodierungsschlüssel benötigt. Biodecodierung ist viel besser als Pizza. Also, geht's ins Leichenschauhaus? Richtig. In einer normalen Nacht in Gotham sollte es auf der Wache ruhig sein. Relativ. Klingt gut. Ich meld mich, wenn ich dort bin. Alle verfügbaren Einheiten drücken nach und weg. 10-4 ausrücken, den Herr geht gleich hören und sehen. Viel los auf dem Revier. Mit etwas Glück ist das Reinschleichen dadurch einfacher. 10-4 ausrücken, der Böcht hat einen Draken und zur Brüchung zugreifen. 10-4 ausrücken. Hachet ihr auf die Stadt? 10-5 ausrücken, die Schrauchung adventure laufen. 10-6 ausrücken, die Schrauchung vor. 10-7 ausrücken, die Schrauchung, die Schrauchung vor. 10-7 ausrücken, die Schrauchung zum Echst-2 ausrücken. 11-10 ausrücken, die Schrauchung ist der Behandelung. Die Scheiß-Tür klemmt wieder. Nein, sie geht wieder auf, noch zu. Nein, ich repariere die nicht. Wo ist die Wartung? Ja, ich warte. Die Scheiß-Tür klemmt wieder. Die Schauhaus liegt hinterm Großraumbüro. Pass auf, dass die Kops sich nicht sehen. Verdammte Freaks! Meine Tochter studiert dort. Wir haben ein paar Einsätzen. Einer wird gerade verhört. Ich würde 100 Mäuse für 5 Minuten allein dort zahlen. Hat irgendwer diese Leiche abgeholt? Kräftig, wildes Outfit? Nein. Mist. Der Wissenschaftler macht uns ganz schön arbeit. Hast deine Bodycam direkt vor Montoya ausgeschaltet? Ist das schlecht? Sie war Gordon-treu. Solche Leute sind nicht vertrauenswürdig. Wissen Sie eigentlich, wie Ihr Ruf da draußen ist? Sie müssen sich endlich abfassen, die Dr. Montoya. Abpassen? Pilsen, ich leiste gute Arbeit, Commissioner. Jim Gordon wusste das. Wenn Sie Lob wollen, gehen Sie zu Ihren Eltern. Gordon kann Sie jetzt nicht mehr beschützen. Gordon hat Gott mal beschützt. Sollten Sie auch mal versuchen. So ein Gordon halten? Vielleicht finde ich noch einen Weg. Fress die Studenten! Dreht die Reichen! Quützt sie gut! Halt's mal da drin, du irrer Freak! Im Ernst, Ehrenwort. Mir ist ein Ohr auf der Schulter gewachsen. Als Maul kommt von rein. Es ist abgefallen und ich habe... Unglaublich, dass Sie das Batsignal hier reingeworfen haben. Als wäre es Ihnen egal. Die Leichenhalle ist wohl auf der anderen Seite vom Büro. Jetzt wäre es wirklich unschön, entdeckt zu werden. Lass endlich den Mist stecken! Der Büro dienten ist schlimm genug. Cain hat ein Auge auf mich geworfen. Ich muss eine Weile brav sein. Sie übertreibt völlig. Ich habe den Jungen kaum berührt. Und der Stolper zufällig auf den Rand steigen. Ja, die verdammten Eltern wollen die Stadt verklagen. Gut, dass er Vorstrafen hat. Das werden die Anwälte nutzen. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass du es trotzdem sagen wirst. Also raus damit. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ihre Akte zu Red Hood Wenn ich Polizist wäre, hätte ich auch Angst vor ihm Untertitelung des ZDF, 2020 Ihre Infos über Batgirl sind dürftig Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das sind Forensiker. Hat sie jemand ausgeschaltet? Sieh dich vor. Die werden mit Kopfschmerzen aufwachen, aber wenigstens wachen sie auf. Glockenturm, Talia Al Ghul ist hier. Großartig. Pass bloß auf. Du kannst mich nicht besiegen. Mein Liebster hat dich gut trainiert. Dein Liebster wollte dich doch gar nicht in Gotham. Ein Toter hat mir nichts zu sagen. Übrigens bin ich hier, um vor das Dreck wegzukehren. In diesem Fall den Dämons selbst. Du verbrennst deinen Dad? Wenn er Asche ist, kannst du ihn nicht wiederbeleben, oder? Du willst es nicht. Du willst es nicht, oder? Warte! Wo willst du hin? Na, ganz toll. Nichts als Asche. Talia wollte wohl sicher gehen. Die haben mit Langstroms Autopsie schon begonnen. Du suchst einen Bio-Dekodierungsschlüssel. Ein Gerät, das ein genetisches Material nutzt. Damit misst man den Blutzucker. Steht in Langstroms Akte irgendetwas über Diabetes? Langstrom musste wohl auf seine Blutsauerstoffwerte achten. Ein MMO-Token. Kannte er die App nicht? Echt seltsam, dass man gegen alles, was im Meer lebt, allergisch sein kann. Genau betrachtet sagen Fett und Muskeln viel über einen Menschen aus. Ich sollte demnächst auch mal wieder Blut spenden. Ein modifizierter Blutzuckermesser, der mit Langstroms Blut Daten freigibt. Glockenturm, ich glaub, das GCPD hat Talias Werk entdeckt. Ich muss mich zurückziehen. Bin dran. Sei vorsichtig. Sie schicken die schweren Geschütze. Batman hatte Zugriff auf die GCPD-Systeme. Ich jetzt auch. Gute Nacht, GCPD. Das klappt. Ich schleich mich raus. Ein Lang ist gesichert. Verzeiht euch. Wir finden den Täter. Weiter. Er muss hier irgendwo sein. Ich gehe besser mal rüber. Ich gebe die Deckung. Habe hier einen maskierten Löcher. Raus und entgegen wir die. Da läuft der. Verbrechen, fertig, die Verdächtige. Glockenturm, ich sehe den Ausgab. Der Lichtdruck war gut. Kein Ding. Beheil dich, sonst machen wir uns Sorgen. Luft weiter. Wir finden dich. Das GCPD hat mich gefunden. Zielger ist ein Sauer. Äh, vorsichtig, Sir. Es wäre doch ein Jammer, wenn das Bedcycle so schnell zerkratzt werden würde. Ich tue mein Bestes. Danke. Na gut. Okay. Notizen, Formeln, Finanzunterlagen, Forschung über Gehörverlust. Experimente an Menschen? Das sind Auszahlungen an Freiwillige. Ich kenne ein paar von diesen Irrschen. Sind alles Gangmitglieder. Langstrom machte also Experimente mit Kriminellen. Macht etwas Platz. Miss Gordon. Der Holoprojektor funktioniert wieder, seit heute Morgen. Perfektes Timing, Alfred. Das ist alles zu Langstrom und das hier sind sämtliche Infos zu... Unserem Gast. Talia Al Ghul. Sie ähnelte Master Bruce in so einigen Dingen. Dass sie in Gotham ist, besorgt mich. Und die Tatsache, dass sie ihren Alten verbrannt hat. War das wirklich Ras Al Ghul? Seine DNA war an der Waffe, die sie hinterlassen hat. Ich frag mich, warum sie nicht versucht hat, ihn in eine Lazarus-Grube zu bringen. Tja, Batman würde zu Talia gehen und sie einfach fragen. Gut gedacht. Ja, ich überprüfe Talias Kunai auf Spuren, denen wir vielleicht folgen können. Wir sollten auch rausgehen. Fragen, ob jemand Streit mit Langstrom hatte. Cool. Dann wollen wir doch mal. Dann wollen wir doch mal. Dann können Sie nicht schrauben. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und denke, dass Master Bruce um Hilfe ruft. Und dann erinnere ich mich. Ich dachte, dass einer von Ihnen gerade angerufen hat. Ich war besorgt. Gewohnheit, schätze ich. Mir geht es manchmal genauso. Du hast immer auf Bruce aufgepasst. Haben wir beide. Es hat sich vorzustellen, Robin und a Batman. Aber ich muss wohl rausfinden, wie das geht. Und ich werde Ihnen dabei helfen. Gotham ist in guten Händen. An der Universität von Gotham brach Chaos aus, nachdem eine lokale Gang, bekannt als Freaks, mehrere Gebäude in Brand setzte. Die Polizei nahm mehrere Personen fest, nachdem das Feuer die über 150 Jahre alte Campusbibliothek verwüstet hatte. Unersetzliche Sammlungen im Wert von Millionen wurden dabei zerstört. Mindestens ein Toter, vermutlich ein Mitarbeiter der Universität, wurde am Tatort gefunden. Die Behörden machten keine Angaben, ob der Tod des Mannes mit dem Brand zusammenhängt. Sein Name wurde wegen fortlaufender Untersuchungen noch nicht veröffentlicht. Ich bin Nur Rashid und das ist GCN. Glockenturm, ich habe Talias Position fast erreicht. Gut. Trau ihr nicht über den Weg. Was? Bloß weil ihr Vater ein irrer Fanatiker war, muss sie es nicht auch sein? Pass einfach auf dich auf. Ende. Talia, du bist nicht willkommen in Gotham. Nimm deine Liga und geh. Ich werde sie nicht anführen. Ich wurde verbannt. Hm. Ich sollte ihr also echt glauben, dass Ras' Tochter seinen Job nicht geerbt hat? Die Leiche zu vernichten ist ja auch gar nicht verdächtig. Mein Vater bestand auf Bruce als nächsten Anführer der Liga, trotz seiner Weigerung. Seit dem tragischen Duell ist Ras' Mission das Einzige, was die Liga vereint. Wenn Bruce sein Erbe war, warum tötete Ras ihn? Das macht keinen Sinn. In der Tat. Es war irrational von ihm. Ich wusste, dass Batman sein Ende sein würde. Doch die wiederholte Nutzung der Lazarus-Gruben zerstört unseren Geist. Und irgendwann wird das wahre Selbst gelöscht. Und anstatt Ras' die Chance auf Wiederbelebung zu geben, hast du seine Überreste lieber verbrannt. Es war ein logischer Entschluss. Ein schnelles Ende für ihn. Ein Schlussstrich für die Liga. Und für mich. Jetzt wollen sie meinen Tod. Tja, wir haben, was wir wollten. Du kannst nun gehen. Ich habe noch andere Dinge zu tun. Die Beerdigung war stilvoll. Bruce hätte sie zu schätzen gewusst. Nein. Spiel mir jetzt nicht die Trauernde. Du hast mir nicht geantwortet. Nein. Aber ich frage dich was. Was will ein Möchtegern-Held im Leichenschauhaus? Du wolltest doch nicht zu mir. Das ist eine laufende Ermittlung. Laufend? Hinterlassen von Bruce. Ich wünsche dir viel Glück. Du wirst es bald brauchen. Denn wenn die Liga wieder auf die Beine kommt, ist Gotham ihr nächstes Ziel. Scheiß Ninjas. Glockenturm? Ich habe Talia getroffen. Sie ist wohl raus aus der Liga. Das war klar. Warum hast du nicht nach Langstrom gefragt? Wir sollten ihr keine Hinweise geben. Wir haben die Nase vorn. Du hast recht. Belassen wir es auch dabei. Hey, du musst zurück zum Glockenturm. Worum geht's? Hier ist eine Nachricht von Harley Quinn. Das willst du sicher sehen. Harley? Das könnte ein Problem sein. Harley hat Batman also kontaktiert mit, keine Ahnung, einer Brieftaube und einem USB-Stick? Und so kamen wir an das Video? Babs. Hilfe. Glauben wir, das ist echt? Bruce hat sowas nie erwähnt. Bruce hat nie was gesagt, wenn er mit Verbrechern gearbeitet hat. Ja, liegt nicht an dir, Tim. Aber es ist auch denkbar, dass Harley das erfunden hat. Spiel's einfach an. Dann sehen wir schon. Hi, Betsy. Wer ist her? Ist komisch, denn ich hab gehört, dass du tot bist. Oh, Mann. Wie auch immer. Ich hab, was du wolltest. Hoffe, du bist nicht deswegen tot. Besuch mich doch mal in Blackgate. Oh. Warte. War Harley Quinn nicht weg aus Gotham? Also seit, naja, ihr Ex? Mich getötet hat? Meinst du das? Angeblich hat sie was für die Regierung gemacht. Etwas Legales. Sie hatte irgendwas. Na, dann gehen wir zu Harley. Jetzt. Was? Mir fiel grad ein, wie wir gemeinsam gekocht haben. Und Tim, Bruce und Babs mit Tomatensauce bespritzt hat. Ich kann mich nicht erinnern. Was? Doch, natürlich. Das war in dem Jahr. Weißt du was? Vergiss was. Ehe ne dumme Geschichte. Ich kenn auch ne Geschichte. In der bin ich tot. Dann werd ich von ner Gehirnwäsche Schleimgrube wiederbelebt. Hey, ich wollte... Weiß nicht, was schlimmer war. Einen Teil meines Lebens zu verlieren oder danach, als alle dachten, ich wär kurz davor durchzudrehen. Tut mir leid, Jason. Wir hätten... Ich hätte dich nicht wie ein Außenseiter behandeln sollen. Mann, bist du ein Gutmensch. Natürlich warst du Erster. Blackgate war in der Kolonialzeit ein Vorher, bevor es zu einem Gefängnis umgebaut wurde. Stimmt. Ich hab mal was darüber gelesen. Was denkst du? Ich habe die Baupläne gefunden und Unstimmigkeiten entdeckt. Im Westen könnte sich ein Eingang befinden. Gut zu wissen. Ich mach mich auf den Weg. Pass auf, wo du hin trittst. Blackgate ist... Okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich JASON爆 Ende. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin. Hoppen, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin ness 처음. Warren校. Warya. Das war's für heute. Das X auf ihrer Karte entspricht Zellenblock 3 hinter Nexus. Aber die Wärter haben dort ihre Patrouillen eingestellt. Das heißt, dort ist alles möglich. Alles klar. Ich bin vorsichtig. Was ist diesmal passiert? Aber ein Ausbrecher wird schütteln in Zelle. Da ist er da. Jeden Tag mehr Kaninchen. Für den scheiß Verlitteln und Geld. Das tut keiner von uns. Wir stecken ihn in Einführhaft und schicken den Arzt rein, damit er sich anschaut. Ich kann ihn nicht ausstehen. Du weißt, dass der Fluchtversuch ihm noch mindestens zwei Jahre einbringt. Jep. Jetzt hasse ich ihn noch mehr. Ist da jemand? Der ist am Boden! Hey! Patberg, genau hier bei mir! Beschäftige sie! Du meinst, was er toll ist, oder? Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Sowas muss ja nicht... Verdammt! Mach die mal ab! Leute, wir haben wohl da einen Gast gemacht. Richtig Feuer in der Bude! War das Harley am Mikro? Nein! Luftballons und ein Aufstand? Harley kann nicht weit sein. Ich sollte mir das ansehen. Nur für den Fall! Ich versuche es lieber zu mir! Ich kann nicht weit sein. Dass du das hier bist! Wir haben gedacht, das! Los doch! Na her! Was habt ihr euch? Weißt du, die Nummer gleich wirst du das gleich wollen! Danke für den netten Empfang, Harley. Sieh an! Na, das ist doch Bradgirl! Wollen wir quatschen? So unter Mädels. Ich hab Eiscreme! Oh ja, genau deshalb bin ich hier. Mhm. Was zu viel verlangt, mich früher zu besuchen? Du hast Informationen für Batman. Erzähl. Warte mal ganz kurz. Das heißt ja, dass Bets tot ist. Wirklich. Nun gut. Er wollte, dass ich Täterprofile erstelle. Weil ich ja eine geniale Psychärterin bin. Hm. Und du hast zusätzliche Erfahrung als echte Täterin. Hey! Ich bin nicht kriminell. Ich bin nur missverstanden. Was? Keine Spielchen, Harley. Sag mir, was du weißt. Alles steht... ...hier drin. Im Buch. Aber... Es fehlt noch das... ...Pièce de Résistance. Du musst noch... ...jene Karte zurückverfolgen. Dann ist es perfekt. Oder... ...du gibst mir jetzt einfach gleich das Buch. Das sollte im Archiv sein. Okay. Tschüssi. Oh! Was war das? Lassen Sie sein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Dafür hab ich keine Zeit! Lass mich nicht warten! Draußen wird's ungemütlich. Sieht man? Wir sind seltsam! Diese Flugzeiten sind vorbei! Hör auf! Gottverdammt! Ich werd das zu Ende bringen! Ich hör mich mehr hin und... Bei der Abfertigung war ein Aufzug. Wahrscheinlich bringt der mich in den Keller. Tür zur Abfertigungszelle aufgebrochen. Gebäude wird abgeringelt. Sieht gut aus heute. Das wird dir nicht gefallen. So erwischst du mich nie! Jetzt komm! Die Erstellungskräfte mobilisiert. Wir treten den Abfertigungsbereich. Hör auf! Ach, Mist! Das war's für heute. Du meinst, niemand wird uns aufhalten? Die Werder haben alle Hände voll zu tun. Und wir werden vernichtet machen. Die Möglichkeiten sind englos. Und ich dachte, du wärst guten zu machen. Und ich dachte, du wärst gut, du wärst gut, du wärst gut, du wärst gut. Ah! 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 wahrscheinlich gesucht. Ich hab was Harley wollte. Jetzt muss ich sie nur dazu bringen, mir das Buch zu geben. Nur was hat das mit Batemans Ermittlungen zu tun? Ich hab das mitgebracht. Ich frage mich, was Harley gerade mit dieser Akte vorhat. Sie hat definitiv einen Grund. Ich hoffe nur, sie verrät ihn uns. Sie hat mich. Jetzt sind wir am Steuer. Ich kann diese Verbrecher keine Sekunde lang allein lassen. Das ist unsere Stadt. Sie gehört euch hart eigentlich. Das war eine tolle Party. Ist die? Ja, ist die Ecke. Ein Hinterhalt. Oh nein. Verheilig. Du sitzt im Knast. Wo kannst du hin müssen? Das ist die Ecke. Ich stehe da hin. Harley! Ah. Wieder da. Ah, bin ich fertig mit den Besorgungen? Gib her. Aber wie kann ich das jetzt zu dir bringen? Oh, ich weiß. Tada! Du musst echt immer alles kompliziert machen, oder Harley? Alle verfügbaren Wachen zum roten Block. Sei nett. War ja klar. Es führt kein Weg daran vorbei. War ja klar. War ja klar. Ja klar. Ich bin Katja! Was ist das? Das war's. Ich bin raus! Ich bin zu viel Spaß ohne mich! Dammit, sie ist weg! Bereit für den Knall? Was jetzt? Was davon hat Batman jetzt eigentlich haben wollen? Hä? Ha! Hey, Bettgöre! Freust du dich? Harley? Wie lange hast du diese Nummer schon? Oh, mach dir da keine Sorgen! Du solltest wissen, dass du mich bald wiedersehen wirst! Okay, tschüss! Was? D-dänken sie daran was im Blackgate passiert ist, Miss Gordon? Unglaublich, dass ich auf Harley reingefallen bin! Sie ist entkommen und wer weiß was sie sonst noch plant! Sie hat weder Nachrichten noch Karten hinterlassen. Haben Sie Hinweise darauf, wo sie sein könnte? Nichts Konkretes. Aber sie gibt sich gern mit den Freaks ab. Ein guter Ausgangspunkt. Wow. Harley hat Profile von richtig antisozialen Gefangenen erstellt. Gut. Irgendwas geht ab in Blackgate. Fragen wir die Direktoren. Finden wir's raus. Nein. Die Einträge sind Jahrhunderte alt. Die Direktorin ist neu. Die weiß bestimmt nichts. Wie konnte ich das übersehen? Ach ja. Harleys dummes System ist völlig unsinnig. Babs. Hey Babs, was hast du rausgefunden? Hm. Sie alle sind auf Berufung raus. Das hat Harley rausgefunden. Und jedes Mal wurden wichtige Zeugen ermordet. Hier. Alle wurden mit Messern aufgehängt. Genau wie Langstrom. Bruce hat was gewittert. Oh? Ich glaub, ich hab hier was. Oswald Cobblepot, der Pinguin. Er ist wie alle hier drin. Außer, dass er seine Zeit bei jeder Verhaftung abgesessen hat. Jemand muss ihn im Regen stehen gelassen haben. Vielleicht redet er mit uns. Er führt jetzt die Eisberg-Lounge. Sagt er, sei sauber. Der verkauft sicher mehr als nur Alkohol in seiner Bar. Keine Ahnung. Batman wollte nie mit mir hin. Wenn du einen falschen Ausweis willst, musst du einfach nur fragen. Oswald ist gefährlich. Und außerdem ist Harley noch da draußen. Wir müssen aufpassen. Chill mal. Dick. Wir packen das. Ich habe einen dringenden Anruf von Star Labs abgefangen. Scheint keine der üblichen nächtlichen Störungen zu sein. Die führen da drin gefährliche Experimente durch, oder? Ich gehe jetzt drüber. Batman würde einen weniger auffälligen Eingang wählen. Ich gehe jetzt hier. Ich habe die Fledermausen. Hey, was war das? Er hat hier... Ich will mich nicht verpöbeln lassen. Nicht schon wieder. Noch jemand am Boden. Und? Er hat hier... Raffi! Raus! Und verschlossen. Die Tür ist aus Sandelholz, handgemacht. Die Reparatur wird schweineteuer. Ich hab Fragen. Sag mir, was du weißt, dann geh ich. Lächeln? Ein virales Video, wie du einen gebesserten Bürger angreifst, wäre auch gerade nicht so schön. Gebessert, hm? Ich bin nicht überzeugt. Allerdings hast du eingesessen. Deine Freunde nicht. Hm, bist ja gut informiert. Wer verteilt die Freifahrtscheine aus dem Knast? Wenn du in dieses Kaninchenloch willst, gibt es kein Zurück mehr. Das solltest du wissen. Sag einfach, was ich wissen muss. Ich sag's mal ganz deutlich. Ohne Batman bist du Zeitverschwendung. Ich sag's mal. Ich sag's mal. Ich sag's mal. Ich sag's mal. Was bin wenn... Ich sage kann. Ich sage einfach. Ich sag's mal. Glockenturm, unser Freund Cobblepott war nicht in Plauderlauna. Was er auch weiß, er sagt nichts. Dann kommen Sie zum Glockenturm zurück und wir überlegen weiter. Klingt gut. Bis gleich. Pinguin wollte nicht reden. Ich habe hier nicht denselben Einfluss wie in Bloodhaven. Es mag überraschen, aber Batman stand zu Beginn seiner Karriere vor ähnlichen Herausforderungen. Darum konzentrierte er seine Energie zunächst auf andere Bereiche der Stadt. Als sich seine Arbeit herumsprach, wurden die Leute zunehmend kooperativer. Die Stadt? Wir waren so mit Batmans letztem Fall beschäftigt, dass wir Gotham ganz vergessen haben. Gotham weiß nicht, dass Batman weg ist, aber es spürt seine Abwesenheit. Es gab einen starken Anstieg der Bandenkriminalität. Und Pinguins Geschäfte. Wenn wir denen einen Besuch abstatten und uns um weitere Verbrechen kümmern, packt er vielleicht aus. Außerdem gibt es Nachrichten von Lucius Fox und Detective Montoya. Sie können vielleicht helfen. Danke, Alfred. Dieses Publikum will ich nicht enttäuschen. Sie hatten ja noch nie Lampenfieber. Nightwing? Ist eine Weile her. Wo warst du? Ich habe deinen Boss erwartet. Ich war auf Reisen, Selbstfindung, Sehenswürdigkeiten, sowas. Hauptsächlich in Bloodhaven. Nun ja. Seit wir Gordon verloren haben, sind einige Polizisten wieder auf der dunklen Seite. Kane gefällt das nicht, aber sie macht nicht viel dagegen. Ich bezweifle, dass ich beim neuen Commissioner mehr Einfluss habe als Sie. Ich weiß, dass Batman mit Gordon bei der Polizei aufgeräumt hat, aber jetzt bekommen alle Cops, die damals zu Gordon hielten, ordentlich eins drauf. Die Gangs überfallen sie, weil sie sich nicht bestechen lassen, und die Einsatzleiter weisen ihnen die schlechtesten Einsätze zu, weil sie allen anderen Ärger machen. Die Guten müssen also kämpfen oder dem Druck nachgeben. Die Lage klingt schlimmer als je zuvor. Ich frage nur ungern, aber kannst du die Cops im Auge behalten, wenn sie die Gangs bekämpfen? Ich weiß, dass viele meiner Kollegen Probleme mit den Rächern haben, aber sie brauchen Hilfe. Natürlich. Jeder Irre, der dem Verbrechen hier die Stirn bietet, hat Hilfe verdient. Danke. Ich versuche, dir jegliche verfügbaren Mittel zum Schutz von allen in Gotham zu verschaffen. Auch schön, Sie zu sehen, Montauer. Genießt du die Aussicht, Lucius? Soll ich noch einen Herzinfarkt erleiden? Batman war ein guter Lehrer, hm? Batman war eben immer gern allen einen Schritt voraus. Wie er bloß mit Gotham Schritt hielt. Die Stadt scheint mir immer voraus zu sein. Das wird schon noch. Der Fledermaus-Nachwuchs ist nicht schlecht, was ich so gesehen habe. Danke, schätze ich. Zu früh dafür. Batman und ich wussten immer, dass sowas passieren könnte. Nach Wayne Tech forschten wir noch weiter. Viele Augen ruhen jetzt auf euch. Aber niemand blickt auf Hoxtacker. Solange ich atme, werdet ihr alles haben, um Batmans Vermächtnis weiterzuführen. Was das angeht. Willst du mich vorstellen? Das ist Lukes Design. Mit diesem Vogel ist man schneller unterwegs. Stark genug für genau einen Helden. Besser als jedes Carsharing. Das ist toll, Lucius. Wie wär's mit Danke? Danke. 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 Das macht Sinn, denke ich. Das GCPD sieht die Auseinandersetzungen auf den Straßen nicht gerne. Sie überwachen den Luftraum mit einer Flotte von Überwachungsdrohnen. Wenn die nach dir suchen, wenn du starten willst... Dann sind wir nicht mehr in der Luft. Was machen wir mit den Überwachungsdrohnen? Als kreativer Programmierprofi könnte man dafür sorgen, dass sie bestimmte Ziele ignorieren. Dafür wären aber Scans aus kurzer Distanz nötig. Da komme ich wohl ins Spiel. Soll ich ein paar Scans aus nächster Nähe machen? Die Cops haben die Stadt in Sektoren unterteilt. Und in jedem ist ein Satz Drohnen aktiv. Ihr könnt in jeder Zone erst fliegen, wenn alle Drohnen dort gescannt sind. Und wenn ich mit dem Scan fertig bin, ist unsere Drohne startklar. Verstanden? Ich schicke die Position der Ersten. Dann könnt ihr an die Arbeit gehen. Nach den jüngsten Unruhen in der Strafanstalt Blackgate fragt man sich, ob die Verwaltung der Anstalt noch die Kontrolle hat. Quellen haben bestätigt, dass Wärter und Selbstführungskräfte in Blackgate regelmäßig Verstöße innerhalb der Gefängnismauern ignorieren. Ein Wärter, der anonym mit GCN gesprochen hat, würde es bevorzugen, dass die Gefangenen einander gefährden, statt die Wachen. Laut Beobachtern steht der jüngste Anstieg der Aggressionen unter Gefangenen, auch im Zusammenhang mit der Verlegung ehemaliger Insassen von Arkham Asylum. Aber sind diese Psychiatrie-Patienten die Anstifter oder die Opfer der Gewalt? Einige fordern daher eine Untersuchung, die Druck auf die Gefängnisverwaltung ausüben soll, damit sie in Blackgate für Ordnung sorgt. Dies ist GCN. Ich bin Noor Rashid. Ich glaube, wir haben einen Gast. Ah, das klingt nach einem Streuner. Ganz schön mutig, hier einfach so rein zu spazieren. Es wäre nicht die erste Katze, die hinter die Mauern der Fledermaus gelangt. Ich würde gerne die Katze treffen. Bist du ihr begegnet? Noch nicht. Aber ich vermute, wenn wir dem Kater Essen hinstellen, bekommt die Bad-Familie womöglich Zuwachs. Ich werde einen der anderen darum bitten, nach der Patrouille Feinkost zu besorgen. Je kleiner die Dosen, desto schmackhafter. Ich will unbedingt diese Katze kennenlernen. Wiederhole, wir brauchen Hilfe. Die Regulators besetzen Star Labs. Hört mich jemand? Glockenturm? Die Regulators sind in den Star Labs. Das Gebäude ist abgeriegelt. Aber hier wurden wohl unerlaubte Wartungsarbeiten durchgeführt. Versuch einen anderen Weg. Welchen haben die Regulators genommen? Achtung? Welche Konstanterio. été? Glockenturm, ich bin in den Starlabs. Ich melde mich, wenn ich was finde. Beeil dich, die Wissenschaftler sitzen wohl in der Klemme. Ich wünschte nur, wir hätten... Hey, was war das? Wir sollten gleich sein! Halt auf der Arme! Anscheinend ist das Sicherheitssystem noch aktiv. Die Eindringlinge haben das System verändert, sodass es nur Leute angreift, die nicht zu ihnen gehören. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber du schaffst das schon. Wie geht's voran? Es gibt hunderte Peterweizen. Die Kleine von Starlabs sind mit der Klazmann sicher eine Menge mehr. Die Kleine von Starlabs sind mit der Klazmann sicher. Die Klazmann ist mit der Klazmann sicher. Die Schächte? Da komm ich sicher weiter. Die Schächte schon wieder! Sie kühlen die Server. Wir saugen so viele Daten, dass alles überhitzt. Die Schächte von Starlabs sind mit der Klazmann sicher. Lass mich doch! Das ist der Sicherheitsraum. Ich wette, dass ich darin Ihre Kunden aufführen kann. Das ist der Sicherheitsraum. 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 Wenn Freeze dabei ist, sollten wir das Schlimmste annehmen. Das ist der Sicherheitsraum. 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 verloren. Verdammt, was war das? Hauptsache ich komme an Freeze ran. Du findest die Wissenschaftler irgendwo über diesem Raum. Nimm alles mit, was mit dem Essel zu tun hat, das uns das Sigma-Team sichert. Ja klar, wir wollten hier ja keine Grafikkarten sehen. Ich erledige das. Du wusstest ja noch, was das war. Sie ist raus, pass auf uns! Hebel! Ich bin ganz sicher, was du tust. Das ist Star Labs, kein billiger Rammschlager. Das bedeutet Ärger. Ich sehe nach, was das ist! Ich bin ganz sicher, was ich bin ganz sicher. Verflucht. Wo sind die Wissenschaftler? Wo sind die Wissenschaftler? Okay. Ich wusste, einer seiner Schützlinge würde auftauchen. Du warst fleißig, Freese. Ich habe die Stahlel-Staaten vor deinen Jungs geschützt. Was meine Mitarbeiter treiben, geht mich nichts an. Ich habe, was ich wollte. Warum bist du dann hier? Wofür mussten die Wachen sterben? Meine Zeit ist kostbar. Ich werde sie nicht weiter mit Reden verschwinden. Talonanlage gewährdet. Räumen Sie das Gebiet. Uns geht die Luft aus. Hilfe! Nutzen Sie die Wagen! Klasse! Ich muss diese Arschlöcher erledigen und die Wissenschaftler da rausholen. Versperrt! Irgendwo durchkommen! Die Railgun scheint drehbar zu sein. Nöten Sie bis zum einen Kran. Aber ich kann mich nicht mehr aus dem Kran. Aber ich bin wirklich nicht für den Wagen aus dem Kran super. Worg-Packen. Ich bin wirklich ein Kran-Kran, und in bin ich mich immer noch einmal im Kran-Kran. Woh-Packen. Hallo, meine Hübsche. Du hast doch genug Power, um diese Tür zu besprechen. Du hast doch genug Power, um diese Tür zu besprechen. Du hast genug Power, um diese Tür zu besprechen. Du hast genug Power, um diese Tür zu besprechen. Du hast genug Power, um diese Tür zu besprechen. Ja, ja, komm mal klar. Sie kommen von Batman, ja? Wie schön. Gott sei Dank sind Sie rechtzeitig gekommen. Gut gemacht mit dem Hilferuf. Er hat unser Kryoge geklaut. Das reicht, um Gothams Wärmeenergie abzuleiten. Und zwar mehr als einmal. Die ganze Stadt würde gefrieren. Das lassen wir nicht zu. Warten Sie. Das GCPD ist bald hier. Erzählen Sie Ihnen genau dasselbe. Mach ich. Nochmals. Vielen Dank. Wir müssen das Kryoge finden. Und Freezers halten. Und dann ist er entkommen. Er meint es sei Batmans Schuld. Bruce hat ihm ein Heilmittel versprochen. Auf dem Gegenzug sollte Freezer sich benehmen. Aber jetzt wo Bruce weg ist, ist er wieder im Spiel. Was hast du Tim? Dem Wiebesgut nach will er wohl seinen Exo-Anzug aufrüsten. Und das ist nur der Anfang. Er hat auch Daten lokaler Wetterballons der letzten zehn Jahre heruntergeladen. Gehen wir wieder raus und halten Freeze auf, bevor ihr noch mehr tötet. Ruhig Tiger. Wir kriegen ihn. Vielleicht ist das genug Training für heute. Der Batcomputer überwacht die Stadt jetzt auf hohe Konzentrationen von Kryogel. Wir sollten auch Freeze Lakaien beobachten. Was leicht sein dürfte, da sie ja alle im Besitz von Kryo-Waffen sind. Der Forscher Dr. Victor Freeze, inzwischen als Superschurke Mr. Freeze bekannt, hat sich zu einem spektakulären nächtlichen Überfall auf Gotham Star Labs bekannt. Laut Behörden hat Freeze sich mit den als Regulators bekannten Cyberkriminellen verschworen, um Geräte im Wert von mehreren tausend Dollar aus der hochsicheren Einrichtung zu stehlen. Beim Überfall wurden viele Mitarbeiter von Star Labs verletzt. Mehrere kamen ums Leben. Freeze und andere Beteiligte sind auf freiem Fuß. Hier ist Noor Rashid auf GCN. Hat die mit nem Geist, Alfred? Könnte man sagen, ich beende mein letztes Spiel mit Bruce. Ich konnte das Brett nicht aus dem Manor retten, nur unsere Notizen. Wir haben jeden Zug notiert, damit wir das Spiel fortsetzen konnten, falls einer von uns ausfiel. Gewinnst du? Ich sehe nicht, wie Bruce dieses Spiel verlieren könnte. Bruce ist tot. Er gewinnt dein Spiel, aber ohne ihn sind wir verloren. Das möchte ich bezweifeln. Was, dass er tot ist? Nein, dass wir verlieren. Bruce Rolle war wichtig. Aber er sah sich nie als die einzige Figur im Spiel. Die Pillen wurden also von einem Arzt verschrieben, den niemand kennt. Noch andere Hinweise? Diese Website, dieses rätselhaften Dr. Q ist wohl verschwunden. Aber wir suchen weiter. Ich habe keine direkten Beweise dafür gefunden, dass Harley was damit zu tun hat. Aber das hat sie sicher. Also, was hat sie vor? Ist das denn nicht immer die Frage bei Dr. Quinzel? Gib uns Bescheid, wenn du was findest, Alfred. Natürlich. Früher war ich jemand, der ich nicht sein wollte. Doch jetzt bin ich frei. Ihr könnt das auch. Leute, seht euch das an. Dick, es ist verkehrt rum. Gib schon her. Hm. Harley ist eigentlich Psychiaterin. Warum verkauft sie Armbänder, Ergänzungsmittel? Ja. Was ist denn ein Freakloi? Hm-mm. Ha. Wer kauft denn solchen Mist? Sie weiß, dass das nicht funktioniert. Was hat sie vor? Die Einwohner Gothams haben mit mindestens einem Gewaltverbrechen pro Monat zu tun. Also rein statistisch. Was hat das mit irgendwas zu tun? Sie verkauft Hoffnung. Oh Mist. Kommt heute Abend zum Monarch Theater. Ich hab ne explosive Ankündigung. Nur für euch. Explosiv meint sie garantiert wörtlich. Wir hätten das Bedsignal als Marke schützen lassen sollen. Glockenturm, hast du das? Stimmt. Dr. Quinsel scheint ein echtes Spektakel veranstalten zu wollen. Was auch immer sie vor hat, das wird übel. Aber Harley Quinn, jetzt bin ich Dr. Q. Mein besseres... Oh Mann, das ist gesammelt. Du konstruiere deine Kraft! Ja. Jetzt bin ich Dr. King. Mein besser ist es. Unkontrolliert. Du gibst ja schnell auf! Du gibst ja schnell auf! Glockenturm. Die Freaks haben das Monarch in ihrer Gewalt. Hast du ne Ahnung, wie ich da reinkomme? Ich erinnere mich an einen alten Eingang. Die Freaks sollten ihn kaum kennen. Sollte ich wissen, woher du das weißt? Alte Hasen verraten ihre Geheimnisse nie. Mein besseres Eingang. Das müsste es sein. Ich riefer mich an. Ich riefer mich an. Es braucht mich an. Es ist ja noch mal. Das war die Gemeinschaft. Du gibst ja wieder zu mir. Sie sind so mit jemandem. Ja. Du hast. Ich warte dir viel, eine Reise, Scherz. Das Theater hat bessere Zeiten gesehen. Dad liebte das Batman-Musical. Die Outfits waren echt komisch. Hey, wer bin ich? Auf keinen Fall hält dich jemand für Batman. Aber mit langen Haaren siehst du irgendwie aus wie Batgirl. Tun sie das wirklich, wenn ihnen langweilig ist? Egal. Ich bin das, was durch die Nacht freint. Das sagt er gar nicht. Ich bin die Fledermaus, die den Spaß aus Gotham saugt. So klingst du eher. Nein, kommt schon, Magi. Das ist nicht cool. Nicht gut. Mal an. Das ist nicht cool. Ja! Ich muss mir alles selbst machen! Hinterher! Jetzt kann ich mich umsehen. Was ist das? Glockenturm, gab's nicht vor kurzem einen Einbruch bei Daggett Labs? Letzte Woche gab es dort einen Einbruch. Das war Harley. Im Grunde könnte alles aus einer Pharmafirma in ihren Händen zum Problem werden. Glockenturm? Immer noch keine Bomben. Aber hier sind noch mehr leere Kisten von Daggett. Sag Bescheid, wenn du was findest. Das ist... beunruhigend. Harley hat nicht an Helfern gespart. Unsere Ängste leiten uns. Sie sind unsere Grundlage. Ich sage dazu nur... Scheiß drauf! Entscheide dich fürs Anderssein! Triff Entscheidungen! Rekonstruiere dein Leben! Wir kommen näher. Das sind echt miese Moves. Das sind echt miese Moves. Spannende estos. Das sind so viele Schaufensterpuppen. Ich glaube hier. Nein. Aber das ist schon kein Herz. Ich weiß, Gotham ist unheimlich. Ich weiß es. Dank mir haben Gewalt nie wieder Angst. Ich kann euch retten. Du musst nur daran denken, dass die Lebensweise von Dr. Q bedeutet, ein Leben ohne Reue zu führen. Und ohne Reue kannst du tun und lassen, was du bist. Du wirst zu deinem Besten, ich. Hilf ich, dass du dir nie erträumt hast! Das Theater muss voll sein. Nein, du siehst! Das Theater hat also vor Ort auf der Kiste. Ich muss eine Bewertung von Dr. Qolaus und Dr. Qolaus und Dr. Qolaus. Haben Sie gerade's geschrieben! Was? Verhandelt wurde über Hiera- und Surren. Lasst euch von Niemandem aushalten! Seid die Doktor Q, die in euch steckt! Oh, seht! Ein Held will verhindern, dass ich euch helfe! Was sagt man? Mut! Keine Sorge! Dafür habe ich das! Dieses kleine Ding! Gebt euch den Mut zu tun, was ihr schon immer tun wolltet! Mit diesem Implantat erobert ihr die Welt! Das ist nicht gut! Lasst euch keine ungetestete Medizin von ihr spritzen! Ich wette, ihr wollt es in Aktion sehen! Oh Jungs! Wie wär's mit einer Demonstration? Versuchst du etwa einen neuen Trend zu setzen? Glockenturm, erfährst du wozu der Chip gut ist, wenn ich ihn scanne? Sie scheinen nicht implantiert worden zu sein! Gute Nachrichten! Hoffe ich! Wer ist dabei? Scheiß auf die Helden! Stimmt's? Sie haben euch kaputt gemacht! Euer Leben zerstört! Also, müssen wir uns selbst helfen! Deshalb habe ich meinen Freunden diese Implantate gegeben! Sie machen sie stark! Hier kommst du nicht drauf! Sieh auf! Tu das nicht, Kripp! Du bist ein Blatt! Die Kräuche! Das war's für heute. Take care of these, Tuckbatsch! Wer hat die Schwerke? Wer hat die Schwerke? Wer hat die Schwerke? Die Schwerke? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Zum Glück hat Dr. Q ein extra starkes Modell. Versuchen wir es doch nochmal. Noch mehr. Toll. Es gibt sicher einen einfacheren Weg dafür. Schluss mit den Spielchen. Was halten wir von diesen Helden? Richtig! Das haben sie verdient! Zeigt mir eure Liebe! Knapp daneben! Knapp daneben! Rechen wir los. Ich glaube eigentlich nicht, dass du für das bereit bist, was ich in petto habe. Dann würdest du aber unsere Freunde unterstützen? Ich denke, dein Produkt hat wohl nicht funktioniert. Es hat geholfen, dich hierher zu holen. Hab ich nicht recht, Quinys? Ich hab die Bomben. Eko-Protokoll einleiten! Glockenturm, kann man diese Bomben aus der Ferne entschärfen? Sie sind in einem geschlossenen Stromkreis. Sie müssen sie von Hand entschärfen. Ich bin nicht recht. Ich bin nicht recht. Ganz ruhig. Ich bin eine ganz normale Heldin. Tatsch! 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 Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Ich bin ein정, was ich hinterlassen bin. Ich bin ein정, die ich in. Ich bin ein정. Ich bin ein정, was ich hinterlassen bin. Ich bin ein정. Ich bin ein정. O.S.T.E.L.D.E.S. Jeder von euch im Knast macht Gotham sicherer. Die von euch im Knast. Nimm das! Ich bin bereit für dein Letzten Kanz. Ich bin nicht im Fall zu. Feuer gehe ich nicht weg. Oh Ihr alle wart so gut. Ich bin so stolz auf euch Holt euch gratis Implantate bei meinen Mitarbeitern, wenn ihr rausgeht Dr. Q hat das Gebäude verlassen Wenn ihr dieses Video seht, sind wir alle am Leben Wie langweilig Oh, keine Sorge, es gibt Hoffnung Ich hab eine letzte Überraschung für euch Eine sechs fürs ruinieren des mädels abends Also ich war nicht die mit den bomben harley Wir müssen harley aufhalten sie vergreift sich an unschuldigen und wir wissen immer noch nicht was genau sie vorhat Es erscheint mir als wäre dr. Q für all das chaos verantwortlich, oder? Das sagte ich ja Ach natürlich, wenn wir dr. Qs imperium zerstören kann harley niemandem mehr wehtun Egal wie sie sich auch nennen mag Klingt nach einem vernünftigen plan Danke, Alfred Besuch ihn doch Ich soll was? Er ging zu deinem, als Besuch doch sein Grab Du gehst auch nie Ich starre ja auch nicht auf Das da Manchmal bist du echt ein Idiot, Grayson Klackwärter Klackwärter Klockkings Zeit ist um. US-Steuerrecht? Damit kennt sich Pinguin wohl kaum aus. Eine Koppelpottmünche. Warum nicht gleich ein Pinguin drauf? Danke, Pinguin. Ich hasse es dir. Hier sind nur noch Sterne. Was war das? Schlafen ist Zeit. 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 Du kannst wohl doch Türen benutzen. Du weißt, was ich will. Sie hören zu. Du hast zwar Fragen, aber ich habe gute Gründe, nicht zu antworten. Die habe ich nie gemacht. Sie passt nicht zur übrigen Deko. Ich weiß nicht mal, woher sie stand. Beleuchtung ist wichtig, besonders in meinem Alter. Ich sehe nicht mehr so gut. Frisch restauriert. Leider war mein gewohnter Restaurator nicht verfügbar. Du willst also wirklich in der großen Liga spielen. Darauf stoße ich an. Bring mir mal die Whiskyflasche da. Gothams Elite kommt niemals nach Blackgate. Aber du schon. Was ist? Hast du den Geheimgruß vergessen? Sie wurden beschützt. Doch ich nicht. Beschützt von... Niemand nennt den Namen. Es wird ihm niemals gedroht. Den Rat der Eulen gibt's nicht. Der Powers Club? Ja. Wo sich die Superreichen ebenso vergnügen. Könnte im Blick wert sein. Ich selbst... Mach'n großen Bogen um das Schlangenest. Und... Mich schickst du einfach hin? Na sicher. Ich ließ Jahre meines Lebens in Blackgate. Geh' dorthin und mach' dein Ding. Aber von mir weißt du nichts. Glockenturm, hörst du zu? Oswald ist sonst nicht so hilfreich. Hat er hinter Gedanken? Wahrscheinlich. Aber das heißt nicht, dass er liebt. Er scheint an den Rat der Eulen zu glauben. Okay, ich werde mehr über den Rat herausfinden. Klingt nach nem Plan. Glockenturm, tu mir einen Gefallen und sieh' nach Alfred, ja? Er hat sich immer noch nicht gemeldet. Das passiert in letzter Zeit. Vielleicht hat er ein Date? Noch ein Treffen mit Jacob Cain. Er sagt, er wolle spazieren. Nachts ist es gefährlich. Dieses Risiko sollte er nicht eingehen. Das hab' ich auch gesagt. Und er hat mich Glocke genannt. Jedenfalls sollte jemand nach ihm sehen. Ich bin dir voraus. Körnel Cain. Sgt Pennyworth. Tut mir leid, dass wir uns so spät treffen. In dieser Stadt reißt die Arbeit nie ab. Oh, das versteh' ich gut. Und der Papierkram nimmt kein Ende seit Bruce' Tod. Ja. Ich glaub's noch immer nicht. Bruce' Beerdigung war der schwerste Tag meines Lebens. Ja. Wissen Sie noch, was ich damals sagte nach Martha und Tommy? Sie sagten, der Tod zeigt den Wert eines Lebens. Wir nehmen Menschen für gegeben, bis sie fort sind. Ich weiß nicht, was ohne Bruce aus der Foundation wird. Ich hoffe, Master Grayson hilft Ihnen bei der Umstellung? Ja, das tut er. Dick hatte schon ein Investorengespräch. Er macht sich erstaunlich gut. Ich bin jeden Tag... Seid ihr aus dem Altenheim ausgebüxt? Wisst ihr nicht, dass es nachts gefährlich ist? Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue stolz. Geld her oder ich verpasse eine Ladung! Wisst ihr was? Vergiss das! Ziemliche Kehrtwende. Der Typ wusste nicht, wen er vor sich hatte. Kommen Sie rein. Bei einem Drink redet sich's gut. Da sag ich nicht nein. Aber nur nicht zu lange. Ich will niemandem Sorgen machen. Lockenturm, irgendwas über den Rat? Der Rat der Eulen. Ein Geheimbund so alt wie Gotham selbst, der die Stadt im Geheimen regiert. So steht's jedenfalls in dem Alten Gedicht. Okay, aber wie passt das zu dem, was der Pinguin sagte? Wenn es diesen Allmächtigen Rat gibt, könnte er es sein, der all die Widerlinge aus Blackgate herausholt. Das heißt, dass sie seit Jahrhunderten mit allem davon kommen. Geht klar. Daumen drücken, dass wir im Powers Club mehr erfahren. Lockenturm, ich bin jetzt beim Powers Club. Er wird älter als Gotham. Und noch abweisender. Diese Villa ist über hundert Jahre alt und mehrmals renoviert. Die einzigen Baupläne, die wir finden konnten, sind veraltet. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Na toll. Ich bin drin. Patrouille entdeckt. Was hat das... Was hat das... Oh, Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Erledigt. Jetzt kann ich mich umsehen. AR zeigt eine klare Blutspur. Mal sehen, ob sonst noch etwas aufscheint. Unter dem Boden ist etwas versteckt. Die Luke hängt an einem Netzwerk. Irgendwie muss man es aktivieren können. Als es hieß, wir arbeiten in einem Club, habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Es ist ein Gentleman Club. Was auch immer das heißt. Ich meine nur, ich freue mich lieber irgendwo hin, wo es mehr Club und weniger unheimlich ist. Ach, hör auf. Das ist leichtes Geld. Wir sehen die Snobbjagd haben. Das ist mir nicht geheuer. Kannst du laut sagen. Manche kommen angeblich nie wieder raus. Na toll, genau das wollte ich hören. Ich bin froh, wenn meine Schicht um ist. Ich strenge Sicherheit in den Verfall. Die Huhn-Tiere mit Kohle wollen nicht wegsicht. Wie ist er die PPE K слушrulagend gewesen? Ja, heisst. Das ist egal. Nicht nur zustande, meine Schicht. 그거 schiebt mich. Das ist egal. Oh, oh! Scheiße! Das Buch kam mir gleich seltsam vor. Ich hab's! Versteckt vor aller Augen. Geschafft! Ich hab's! Die Leute, die Leute haben uns nicht geschaut. Wir können uns nicht schlafen. Ich bin hier. Ich bin hier. Eine Geheimtreppe? Was sie wohl noch verbergen? Ich habe eine Geheimtreppe gefunden, Glockenturm. Ich sehe nach, wohin sie führt. Toll, kein Kontakt. Protokollm... Etwas sagt mir, dass wir aufzeichnen wollen, was da unten ist. Das Blut hört an der Wand auf. Komisch. Kein Durchgang in Sicht. Da muss doch etwas sein. Okay, das hat was bewirkt. Du hast dir nichts zu suchen. Wenn du mich später hören kannst, Glockenturm. Pinguin hat die Wahrheit gesagt. Der Rat der Eulen existiert. Mal sehen, wie tief es ist. Dann folge ich wohl weiter dem Blut. Gar nicht eklig. Mit diesem jungen Bruce Wayne gab es ständig Eingang. So vieles, was wir nicht tun, kommt. Sein Tod hat den Weg für unseren Neuerwerb geebnet. Gut. Aber du solltest vorsichtig sein, wie sie schniffeln, mein Schätzchen. Und nun zum anderen Problem. Die Senatoren wurden bestochen. Sie verabschieden den Entroff Anfang nächsten Monats. Wunderbar. Wie sehr ich diesen Abschirm doch hasse. Herr Zerber, wir müssen sie hier wegbringen. Hast du ein Strommäus in den Ben verweichlicht? Es gibt wohl keinen anderen Weg, als an ihnen vorbei. Keiner darf hier durch. Die Zeremonie darf sich nicht verzögern. Das musst du nicht erst sagen. Das ist unsere Chance, die Stimme zu beeindrucken. Wie ist der Gyttel? Höch hervor es, die Anregel Interesting ist es die ganze Zeit. Ich verschwunne ihn... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Knochen. Oh Gott. Hier unten ist der Knochen. Es müssen ja hunderte Leichen sein. Hoffentlich geht's hier raus. Gut, Sie wieder zu hören. Was ist passiert? Geht es Ihnen gut? Das ist eine lange Geschichte. Die Leute, die wir bekämpfen, verstehen keinen Spaß. Ich erzähle mehr, wenn ich zurück bin. Verstanden. Bis bald. Wusstest du, dass Bruce dem Rat auf der Spur war? Leider nein. Er hat mir wenig verschwiegen, aber das hat er vor mir geheim gehalten. Vor mir auch. Wir haben Aufnahmen vom Rat, aber sie sind schwer zu verstehen. Sicher? Hast du Wiedergabe gedrückt? Tim. Weißt du, du warst nicht der erste Robin. Oder der zweite. Es wurden Dateien beschädigt. Ich werde Diagnosen durchführen und sehen, was ich retten kann. Vielleicht hat Master Bruce noch mehr Hinweise hinterlassen. Margie, die tätowierte Dame, hat uns bei Hayleys Circus vom Rat erzählt. Er würde zuschauen und uns holen, wenn wir eine schlechte Show abliefern. Ich hielt es immer für eine Zirkuslegende. Keineswegs. Es gibt zwar in Gothams Geschichte einige Hinweise auf den Rat. Aber nichts Konkretes. Ich kann keine der Quellen authentifizieren. Irgendein Spinner soll ein Buch darüber geschrieben haben. Aber auch das ist eine Legende also. Wirklich schade. So ein Werk hätte sehr gut in unsere Bibliothek gepasst. Die erste Version des Reims stammt aus dem 18. Jahrhundert. Darin heißt es, sie suchen den Jungbrunn. Sie sind mordlustig für Leute, die ewig leben wollen. Das schließt einander nicht aus. In diese Grube waren viele Leichen. Und einer davon hielt den hier. Vielleicht öffnet er was. Die Scans zeigen ein Isotrop im Metall. Der öffnet definitiv was. Ein Schlüssel. Also. Suchen wir die Tür. Gib mir das Kühlmittel. Tat es weh, Jessen? Man stürzt aus dem Himmel? Ich meine deine Auferstehung. Tat die Lazarus-Krube weh? Sie hat mich verändert. Hey. Hey. Lazarus bringt uns Bruce nicht zurück, Tim. Wer sagt, er hätte nicht gewollt, dass wir es versuchen? Ich... Okay. Bruce ist kein Motorrad. Du tauschst nicht einfach Teile aus und dann funktioniert es wieder. Und was soll ich stattdessen tun? Lass die Draht zu. Morgen, Alfred. Richard. 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 Hollande. Ich... Ich... ... Sie wissen besser als andere, dass Anführer sein eine Last ist. Sie müssen sie nicht allein tragen. Keine Ahnung, wovon du redest. Wissen Sie, manchmal sind Sie wie Master Bruce. Ich bin nicht wie er. Natürlich nicht. Anders als er, würden Sie nie eine Wunde ignorieren? Mir geht's gut. Klar? Alles gut. Es zeichnet einen guten Anführer aus, Hilfe annehmen zu können. Wir haben das Isotop im Schlüssel mit Aufzeichnungen über Gothos Architektur verglichen und konnten so einen Standpunkt identifizieren. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Perfekt. Danke, Glockenturm. Glockenturm, ich bin vor dem Gebäude. Sie ist wahrscheinlich gut versteckt. Denken Sie an den Kinderrein. Der Rat der Eulins sieht stets... ...was in Gotham vor sich geht. Verstanden. Glockenturm, Clayface ist wohl wieder in der Stadt. Müsste er nicht eigentlich tot sein? Das bedeutet, dass wir noch mehr Lehm einsammeln müssen, oder? Leuchtet? Ja. Gruselig? Ja. Das ist wahrscheinlich die Tür. Erneut auf in die Schatten. Glockenturm, bin drin. Ist ruhig hier. Eine Art Versteck für den Rat? Ein seltsamer Ort. Gibt es Hinweise, was Sie dort angestellt haben? Ich sehe mich um und melde mich. Moreno? Ob wir was über den Namen wissen? Glockenturm, haben wir was zu einem Mord, bei dem das Opfer Moreno hieß? Sicher doch. Der Bruder von Elena Moreno, einer Richterin. Sie hat sich direkt danach beurlauben lassen. Aus persönlichen Gründen. Der Rat der Eulins steckte dahinter. Mal sehen, ob ich noch mehr finden kann. Glockenturm, der Rat hat einen Mord am Chelsea-Tunnel befohlen. Der Tunnelbau wurde eingestellt, als die Baustelle als gefährlich eingestuft wurde. Klingt für mich nach Vertuschung. Der Rat der Eulen will die Baustelle unbedingt absichern. Bin schon unterwegs. Viel Glück. Bleiben Sie in Kontakt. Bin im Tunnel, Glockenturm. Sieht aus, als wären Sie auf eine Art Abgrund gestoßen. Ich gehe runter. Vermutlich reißt der Funk ab, aber keine Sorge. Ich bin ein großer Junge. Sei auf alles gefasst. Ich bin ein großer Junge. Ich bin ein großer Junge. Ich bin ein großer Junge. Das war's. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Diese Monster geben wohl nie auf. Was ist das hier? Was ist das hier? Was auch immer Sie hier suchen, muss dem Rad eine Menge wert sein. Was ist das hier? Was ist das hier? Nichts mehr übrig. Extraktionsraum. Perfekt. Okay, aber ich gehe nicht mit leeren Händen. Diese Ausrüstung muss für irgendwas gut sein. Proben. Was ist das hier? Im Glockenturm kann das analysiert werden. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Das ist wohl mein Ausgang. Was ist das hier? 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 Zeit, zu verschwinden! Zeit, zu verschwinden! Das war's für heute. Wo bin ich jetzt? Blockiert. Die andere Seite ist sicher eingestürzt. Das wird ja immer seltsamer. Hoffentlich ist das der Ausgang. Bist du da, Glockenturm? Wir hören Sie wieder, Nightwing. Geht es Ihnen gut? Immer doch. Ich hab da unten was Lustiges gefunden. Schon mal was von Dionysium gehört? Und Glockenturm ist weg. Du brauchst ewig für die einfachsten Aufgaben. Wir müssen etwas besprechen. Komm zu mir. Der Rat der Eulen sieht, was in Gotham vor sich geht. Er lauert in den Schatten. Er ist, der aller Schicksal webt. Betrug. Die ganze Zeit wusstest du's und verschwiegst Bruce die Gefahr für Gotham. Als ich noch in der Liga war, bemerkten wir die Macht des Rats in Gotham. Jetzt siehst du die Verdorbenheit der Stadt. Sie graben nach etwas. Etwas, das aussieht, als käme es aus einer Lazarusgrube. Ein schlechter Ersatz für das wahre Wunder. Ein kontaminierter Extrakt. Seit Jahrhunderten schon sucht er Rat nach einem Jungbrunnen. Doch er lernte nur die Schöpfung unsterblicher Monster. Jetzt wissen wir, wie Talents gebastelt werden. Danke sehr. Aber warum lasst ihr sie graben? Gebt ihnen doch eine Lazarusgrube. Und dann hättet ihr sie in der Hand. Selbst in ihrem derzeitigen würdelosen Zustand wäre die Liga nie so korrupt. Und der Rat ist so gierig und korrupt. Und so ergründet er niemals die Geheimnisse der Lazarusgruben. Ihr macht mit den Lazarusgruben nichts anderes als der Rat. Oh, das sind ja harte Worte. Aber halt, dein Freund Jason lebt auch noch. Wollte er das überhaupt? Jason hat nie diese Entscheidung getroffen. Dankbarkeit ist offenbar zu viel verlangt für eine erneute Chance auf das Leben. Wagt es jetzt nicht, über Dankbarkeit zu reden, Talia. Seit Bruce' Tod wächst die Macht des Rates. Die Liga der Schatten wird Gotham vernichten, sofern der Rat nicht verstummt. Ich kenne dich, Talia. Wir sollen für dich die Stimme beseitigen, damit du freie Bahn hast. Worauf willst du hinaus? Ich übernehme für euch die Täuschung der Liga. Und der Weg zum Rat der Eulen wird frei sein. Oh, so fühlt man teuer sich also. Hey Alfred, stand was in den Aufzeichnungen der Stadt? Leider nicht. Laut stetischer Aufzeichnungen gab es keinen Bergbau an Gotham, seit der Cordon errichtet wurde. Unserem Fund nach zu urteilen. Graben sie da unten schon seit Jahrhunderten. Hm. Hm. Hör dir das mal an, Alfred. Babs konnte ein paar Stimmenaufnahmen des Rates wiederherstellen. Dionysium holte die Talons wieder zurück. Nicht ganz. Dionysium ist im Prinzip nur schwaches Lazaruswasser. Hält die Körperfunktion aber. Freier Wille ist er nicht mehr. Und was ist ein Talon eigentlich? So... Ne Art irrer-Killer-Zombie? Schon seltsammeres gesehen. Vielleicht. Irrer-Zombie? Klingt nach Tracen, oder? Ich erkenne da jemanden. Die alte Frau ist Constance Cobblepot. Da bin ich sicher. Und die anderen? Das ist schon schwieriger. Könnte ich sie persönlich hören? Persönlich. Tim, bring die Frequenzen auf den Schirm. Schwer zu vergleichen bei all dem Schaden und den Stimmverzerrungen. Vielleicht hat das System ja mehr Glück bei einem Vergleich. Unsere Proben mit den Stimmen der echten Person. Toll. Aber wo finden wir diese Arschlöcher? Zwei Wörter. Orchard Hotel. Der Maskenball. Das Event der Saison. Dieses Jahr zu Ehren von Monster Bruce. Gothams Reiche verkleiden sich dort als Menschenfreunde. Ich war schon mal da. Versammlung der Dreckssäcke. Da sich dort Gothams Elite versammelt, werden die Sicherheitsvorkehrungen streng sein. Ihre Pläne vorher zu kennen, wäre für uns von großem Vorteil. Ich werde unsere Masken für die Aufnahmen ausrüsten. Mit einem guten Aussichtspunkt. Können wir diesen Stimmen vielleicht ja auch ein paar Gesichter zuordnen? Klingt nach einer tollen Party. Vergessen Sie nicht, dass Sie eine Verabredung mit Mr. Hendricks haben. Bestätigt, Glockenturm. Untertitelung. Was macht ein Mädel wie du an so einem Ort? Dasselbe wie du. Ein Freund besuchen. Ich denke immer, gleich steigt er da runter und... weiß nicht, hält eine tolle Rede, schickt uns zurück an die Arbeit. Verdammt, Jim. Du hättest es gehasst. Die haben dich tatsächlich auf den Podest gestellt. Vielleicht verstünde er es. Er sagte oft, Menschen brauchen Symbole. Was zum dran glauben. Ja, aber damit meinte er euch. Nichts, sehe ich. Mit seinem kantigeren Kinn und einer besseren Brille. Sie haben sein Gesicht verändert? Ja, von hier sieht man es nicht gut, aber... sieht total anders aus. Ich vermisse ihn. Ja. Ich auch. Bis später, Jim. Bad girl. Ich finde schon, dass sie ihm ähnelt. Der Rat hat Hendrix. Sie können nicht weit sein. Hier, ein Fluss. Der Schlitter des Rats. Hendrix muss hier irgendwo sein. Niemand legt sich mit dem Rat an. Noch mehr Schurken, war ja klar. Ich habe geahnt, dass dieser Tag kommt. Sie würden nicht glauben, was ich im Hotel gehört habe. Der Rat wollte wahrscheinlich sicher gehen, dass Sie nicht reden. Verdammt, die sind echt? Das erklärt die Masken. Einer meiner Jungs hat sie mit Informationen gefüttert. Und Sie sollten die gleichen Informationen bekommen. Danke. Das ist wirklich überaus hilfreich. Die Stadt geht vor die Hunde. Ich schwör's. Glockenturm? Hendrix ist sicher. Und ich habe auch die benötigten Daten. Gut. Bitte kehren Sie zum Glockenturm zurück, sodass wir weitere Schritte besprechen können. Wir sind gleich am Törner. Ich habe die Daten von Hendrix hochgeladen. Sie sind bald soweit. Das gleiche Gesicht machte Bruce auch mal, als er bei einem Fall nicht weiterkam. Wo drückt er schon? Alles beginnt mit Ras Al Ghuls. Angriff auf Batman. Aber ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Noch nie gegen die Liga gekämpft. Stimmt's? Ras ist, war ein Fanatiker. Er gründete die Liga vor Jahrhunderten, um die Korruption auszurotten. Seine Philosophie, wenn man sie so nennen will, lautet Dinge zerstören und wieder aufbauen. Im Laufe der Jahrhunderte löschte er Städte aus. Er war auf Gotham aus. Batman hielt ihn auf. Er war beeindruckt. Also machte er Bruce zu seinem Erden. Und das, obwohl Bruce ablehnte. Doch dafür ließ Ras Gotham in Ruhe. Zumindest bis er auftauchte und... Bruce. Talia sagt, Ras verhielt sich bei seinem Tod unberechenbar. Ja, ich wette, dass das nicht die ganze Geschichte ist. Moment. Was ist, wenn alles früher begonnen hat? Batman starb während seiner Ermittlung zum Rat der Eulen. Meinst du, Ras fand es heraus? Aber... Warum den Erben angreifen? Ras möchte zwei Dinge. Die Korruption beseitigen und die Lazarusgruben schützen. Nutzte der Rat also eine Probe der Gruben zur Erschaffung von Talons? Ras rastet aus, schreitet selbst ein. Es eskaliert. Dann sind er und Bruce tot. Ohne Batman, der die Korruption in Gotham im Zaum hält, streckt der Rat seine Flügel aus. Die Liga folgt Ras nach Gotham. Und niemand kann sie daran hindern, den Rat anzugreifen. Gotham City wird Schauplatz eines verdammten Krieges. Ohne Batman als Retter. Das ist jetzt wohl unser Job. Ja. Ist es. Und wir wissen, was zu tun ist. Wir rotten den Rat aus und halten die Liga aus Gotham fern. Perfekt, Meser. Perfekt, Meser. Bernd mit Mama An emphasis ihm zu spät. bottoms schreien. coupon answer. mit ihre Rechae und den Ratten die Liga solltieren Oo fueron Ein Tatort? Cool. Aber hast du nicht ein fotografisches Gedächtnis? Alter Fall. Wenn ich nicht dort war, kann ein Modell hilfreich sein. Die Details sind unglaublich. Commissioner Gordon? Detective Gordon. Damals. Der sieht aus wie seine Statue. Unser Wissen über den Rat hilft uns vielleicht, ein paar seiner ungelösten Fälle zu lösen. Gar nicht so doof. Oh, ich helf dir. Musst du nicht. Ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Schon gut. Kleinköpfe sind besser. Tut mir leid. Ich würde das lieber allein machen. Sicher. Sag Bescheid, falls du Hilfe brauchst. Kann mir jemand helfen? Das muss reichen. Glockenturm, ich habe etwas seltsamen Lehm zur Analyse. Toll. Mal sehen, was der Lehm zu sagen hat, wenn du zurück bist. Glockenturm? Ich bin am Orchard Hotel. Die Balkontür sollte offen sein. Da kommen Sie rein. Ein Penthouse? Komm schon. Sie könnten ruhig etwas mehr schätzen, was ich alles für Sie tue, Sir. Glockenturm, ich bin drin. Dann wollen wir mal rausfinden, wer die Eulen sind. Konzentration bitte. Finde einen Ort, wo du den Ballseil belauschen kannst. Die Security darf dich nicht sehen. Also Vorsicht. Das reicht. Ich will deinen Mist nicht hören. Kriegt meine Oma jetzt das Herz? Nein, mir egal, was für dir ist. Du schuldest mir ein Herz. Was war das? Ich muss jetzt zu diesem Bank hängen. Aber danach verhalten wir beide uns mit ein paar meiner Kollegen. Sauber. Das muss der Eingang sein. Warum sollte das sonst hier hängen? Wieder diese dumme Theorie? Du hast den Aufzug gesehen. Das Hotel hat keinen 13. Stock. Gruselig. Sauber. Ich selbst dann. Heute noch mal anrufen wir die Stimme. Glockenturm, die Sicherheitssysteme sind aus. Gute Arbeit. Und denk dran, die Wachen da draußen sind auch Ratsmitglieder. Schalte sie ruhig aus, wenn du musst. Glockenturm, ich betrete jetzt den Ballsaal. Gute Arbeit. So, wer gehört zum Rat der Eulen? Nimm auf, was du kannst. Wir analysieren es später. Waren sie denn schon im östlichen Treppenhaus? Was abgeriegelt ist? Ich hörte, da spukt es. Habe ich auch gehört. Seltsame Geräusche, wie Schreie und Kratzen in den Wänden. Ach. Ach, so ein Spektakel. Selbst im Tod will Wayne uns noch übertrumpfen. Lassen wir ihm den Spaß. Morgen wird das kein Problem mehr sein. Sie haben recht. Sein Tod ist ein Grund zum Feiern. Was glauben Sie, was wir tun? Das sind ein paar Treffer. Wir kriegen sie alle. Haben Sie das Gästebuch gesehen? Natürlich. Ich muss gewisse Leute beeindrucken. Haben Sie die Namen da drin gesehen? Ja, Senatoren, Richter, CEOs, sogar der Bürgermeister. Er kann mich nicht empfangen? Aber ich bin der Bürgermeister. Ich fürchte, seine Planung lässt das nicht zu. Sagen Sie, Colonel Kane, dass das inakzeptabel ist. Mein Amt verdient Respekt. Natürlich, Bürgermeister Psy. Ich gebe das weiter. Kaum zu glauben, dass Bruce Wayne tot ist. Ich weiß. Ich wollte dieses Jahr sein Date sein. Mehr haben Sie für den großen Bruce Wayne nicht zustande gebracht? Wie peinlich. Wenn ich abtrete, gibt es ein Spektakel. Feuerwerk, Tänzer, Eisskulpturen. Alles. Hatte ich Sie nicht angewiesen, heute formelle Kleidung zu tragen? Das hier ist formell. Hast du von Langstroms Assistent gehört? Er hat die Kündigung verdient. Wie Kirk, die wollten sich nicht mehr fügen. Die Stimme vergisst nichts. Wo ist die Stimme? Die Geschäfte laufen gut. Sehr gut sogar. Wer hätte gedacht, dass es den Rest von uns so anspornen würde? Verzeihen Sie, es ist an der Zeit. Ja, natürlich. Wir setzen unser Gespräch später fort. Wo versteckst du dich jetzt, hm? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Mit allergrößtem Vergnügen präsentiere ich unseren heutigen Gastgeber. Man geht's noch offensichtlicher. Es muss die Stimme des Rats sein. Vielen Dank für diesen Empfang. Doch heute geht es nicht um mich. Wir wollen hier einen großen Sohn Gothams würdigen, Bruce Wayne. Nun, Sie kannten den Playboy. Ich kannte seine Güte. Seinen unermüdlichen Einsatz für Gothams Wohl. Er mag nun tot sein. Doch Bruce' Leistungen für diese Stadt wirken noch über Jahrzehnte weiter. Auf dein Wohl, Bruce. Den letzten der geschätzten Familie Wayne. Du weißt nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und mögen die verbleibenden Familien Gothams deiner würdig sein und dein beispielloses Erbe antreten. Ein Treffer. Verdammte Scheiße, das ist wirklich die Stimme des Rats. Gut, bleib dran. Wir müssen rausfinden, wie er ist. Sir, die Labore wollen mehr Dionysium, um den Produktionstermin einzuhalten. Ja, ja, ich weiß. Sie kriegen es schon. Sag ihnen, ich erwarte, dass sie die Quote einhalten. Keine Ausrede. Vielen Dank. Keine Ausrede. Das war's für heute. Was war das? Der ist K.O.! Haltet die Augen offen! Was ist? Du weißt, dass ich bei der Arbeit nicht telefonieren kann. Alles sauber. Was ist das? 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 Glockenturm. Eine Tür. Eindeutig vom Rat markiert. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Schauen wir raus, was der Rad der Eulen zu verbergen hat. Der Rad der Eulen sieht stets, was in Gothen vor sich geht. Das ist die wirkliche Wahrheit, da wir unsere perfekten Nester unter der Haut unserer perfekten Stadt bauen. Das ist die alte Stimme des Rats, auf einer Platte. Wir wandeln stolz durch die Gänge der Macht, doch unser wahrer Zweck verwirkt sich in den Wänden um uns. Ratsmitglieder flüstern einander in die Ohren, wie Zyrono auf einem Treffen mit dem Schicksal. Wo bist du hin, Mr. Stimme? Glockenturm? Irgendeine Idee, wo die Stimme ist? Glockenturm. Und der Funk ist weg. Toll. Es heißt, eine Eule kann ihren Kopf ganz herumdrehen, um zu sehen, was hinter ihr ist, was sich anschleichen und zuschlagen könnte. Glockenturm. 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 Was haben wir denn da? Tut mir leid, euer Meeting zu stören, aber was genau habt ihr euch angesehen? Glockenturm. 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 Du wohlet. Ein Hamm confession detimizier im Hang darin pole. parfum. Aber sie kann bestimmt nicht unterschätzt werden, denn sie ist eine Jägerin, genau wie wir. Dr. Langström war kompromittiert, hat für Kakerlaken gearbeitet. Also haben wir ihn ausgeschaltet. Wir hatten Recht, der Rat hat Langström ermordet. Diese Aufnahme wird dem Rat sehr schaden, wenn wir sie den Behörden übergeben. Noch einiges aufzuräumen. Vernichtet alles, löscht jede Spur von Langström aus. Die Botschaft muss klar sein. Man kann nur Mitglied des Rats sein, wenn man dem Rat der Eulen treu ergeben ist. Alle hier genannten Leute sind entweder tot oder werden vermisst. Das muss eine Abschussliste sein. Es ist eine Architekturgeschichte Gothams. Der Rat hatte wohl mit all diesen Gebäuden zu tun. So, was jetzt? Ergibt Sinn. Verschiedene Machtzentren in der Stadt. Die würde der Rat kontrollieren wollen. Natürlich. Du musst es dir dahinter stecken. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Die unglücklichen Mäuse, die zu unseren Vergnügen erwischt werden, sollen es wissen. Ohne alles zu wissen, wir haben die Kontrolle. Gotham ist ein Motor des Fortschritts. Ein Tribut an die Macht von Mensch und Geld. Eine Utopie von uns geschaffen. Wir sollten drücken. Bringen wir es hinter uns. Geh zu dem Gemälde. Du hast es also allein hier geschaffen. Ich lasse nicht zu, dass der Rat Gotham zerstört. Gotham zerstören? Wir wollen es weg. Seinen Ruhm bewahren. Jetzt sehe ich, welches Potenzial du hast, es uns gleich zu tun. Ja, klar. Du bist halt auch nur ein maskierter Schurke. Nicht ich trage hier eine Maske. Richard. Jacob came. Woher wusstest du es? Ich weiß es. Ich wusste auch, dass mein Neffe Bruce da draußen im Kampfpyjama für Frieden sorgt. Keine Sorge, ich hab's nicht verraten. Aus Loyalität zu Martha. Wir leben alle Doppelleben, um die Stadt vorm Chaos zu schützen. Der Rat geht dabei nur diskreter vor. Die Bürger von Gotham sind zwar nicht perfekt, doch das verdient sie nicht. Du zerstörst diese Stadt, du Betrüger. Ja, Batman würde an deiner Stelle wohl dasselbe sagen. Darum hab ich Bruce nie vom Rat erzählt. Unsere Ziele sind gleich. Unsere Feinde auch. Es ist Irrsinn, dass du uns nicht dienst. Ich ermorde niemanden. Unterschiedliche Taktiken, das ist wahr. Mord an Langström und seinem Assistenten. Der hilft nicht Gotham, der hilft dir. Wer uns betrügt, wird dafür leiden. Langström hat den Rat betrogen. Bruce hat sein Geld für die Stadt eingesetzt. Du denkst nur an dich selbst. Bruce hätte dich dafür gehasst. Verwende meine Neffe nicht gegen mich. Ich trauere, Bruce. Ich will antworten auf seinen Tod wie du. Wir haben nichts gemein, Cain. Ich hab verstanden. Ich habe Bruce beschützt. Dies schütze ich nicht. Wenn du nicht willst, dann wirst du wohl wie längs. Sicherheit gefährdet. Wir werden im Balsall eingegriffen. Sind aus dem Nichts gekommen. Ich habe jetzt größere Probleme. Geh mir aus dem Weg. Das hier wird ja nicht gefallen. Ich sollte zurück in den Balsall. sein. Ein weiterer Kopf eines Rats. Er geht auf. Kein Angst. Hören Sie vor sein Raten. Die sind übel. Hör! Untertitelung. BR 2018 Nein, nein, bitte, nicht! Nein! Die Liga der Schatten ist hier. Verstanden. Sanitäter wurden gerufen. Die Liga der Schatten ist hier. Die Liga der Schatten ist hier. Die Liga der Schatten ist hier. Leben raus! Brutal. Die meisten dieser Leute waren... Ich hat ihn ein mitgebracht. Gehen, gut! Dann machen wir den Blinden. Sie haben eine gute Möglichkeit. Sie haben einen Schlagzeug nicht gelebt. Dann machen wir sie. Sie haben eine gute Armin! Sie haben einen Schlagzeuges�만 im Tor. Verdammt. Das GCPD betritt in Kürze das Hotel. Sie sollten es verlassen. Montoya, hier ist Nightwing. Du hast gehört, was im Hotel passiert ist? Ich habe alles gesehen. Ich war da. Ja? Willst du mir dann vielleicht sagen, wer die Assassinen waren? Das war die Liga der Schatten. Das bedeutet Ärger. Ich schicke dir unsere Akten. Die Ermordung einiger unserer besten Polizeikräfte im Orchid Hotel ist selbst für Gotham ein neuer Tiefpunkt. Es ist Zeit, dass die echten Helden, das GCPD, wieder eingreifen und für Recht und Ordnung in unserer Stadt sorgen. Wir erobern sie zurück! Krass! Überraschenderweise stimmt keine unserer Stimmenaufnahmen mit Commissioner Kane überein. Hey! Sie ist vielleicht kein Mitglied des Rats, aber sie könnte ihre Verbündete sein. Sie ist Jacobs Frau. Catherine ist mit dem Geheimnis ihres Mannes wahrscheinlich nicht vertraut. Ich kenne Jacob gut und hatte nie den leisesten Verdacht. Körnel Arschloch hat alle getäuscht. Sogar Bruce. Die anderen Mitglieder waren auch beim Ball. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Alle beim Hotel von der Liga getötet. Colonel Kane ist das einzige Mitglied, das sicher überlebt hat. Und vermutlich auch Lady Cobblepot. Sie wird derzeit noch vermisst. Und der Rat hat garantiert mehr Mitglieder als Jacob Kane und Constance Cobblepot. Diese Stimme hatte wohl offenbar doch recht. Niemand wird glauben, dass irgend so ein Kinderreim Gotham so lang regiert hat. Aber die Leute werden glauben, dass Jacob Kane den Mord an Langstrom angeordnet hat. Das können wir zweifelsohne beweisen. Geben wir das Detective Montoya. Das sollte eigentlich für eine Anklage reichen. Ich füge eine Liste aller uns bekannten Mitglieder hinzu. Einschließlich der Toten. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Jacob wird unseren nächsten Schritt bereits erwarten. Und wer redet mit Talia? Der Rat und die Liga werden sich gegenseitig zerfleischen. Wir sollten bereit sein, wenn wir zwischen sie geraten. Es ist höchste Zeit für eine Revanche, Mr. Todd. Wow! Du hast die Horror-Klassiker-Erweiterung. Nichts geht über gruseln und tanzen. Na dann los! Neuer Herausforderer! Nächstes Level! Grube des Schreckens! Bereit machen! Wow! Los! Du bist ein Monster! Ich bin ein Monster-Kinder! Leg los mit deinem Killer-Moods! Oh-oh! Du liegst zurück! Das ist kein Monster! Das ist ein Monster-Kinder! Alles okay? Oh! 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 Die Lazarus-Grube? Ja. Es ist dämlich. Ich... Ich komm klar. Nein, ist es nicht. Du warst tot. Ist doch klar, dass dich das fertig macht. Weißt du was? Ich hab Hunger. Ich hol uns was Leckeres von Big Belly Burger. Für dich wie immer, ja? Eine Bacon-Ultra-Belly-Kombo kommt sofort. Bin gleich wieder da. Hey. Danke, Babs. Diese Ladungen sind ziemlich heiß. Ist das Tempo denn wirklich nicht so hoch? Ist okay. Und überhaupt. Ich schieße ja nur auf Leute, die es wirklich verdient haben. Du bist fast am Sicherheitslimit. Das lässt dir nicht viel Spielraum für Fehler. Hast du die neuen Panzerungen gesehen? Wir verlieren das Wettrüsten, wenn wir nett sind. Nicht alle unsere Gegner haben Panzerungen. Das ist nicht mehr. Wenn die Munition sicher ist, beweis es. Schieß auf mich. Okay. Vielleicht ist sie zu heiß. Warum rechnest du es nicht durch und sagst mir, welche Ladung passt? Toll. Oh, dann prüfen wir auch gleich Polymer-Volumen und Komposition. Hm. Geringeres Tempo heißt weniger Ausdehnung. Aber durch den Gel-Anteil gleichen wir das aus. Ich verstehe es einfach nicht. Clayface fiel beim letzten Kampf mit Batman in eine Turbine. Wie hat er das überlebt? Keine Ahnung. Die hat ihn zerfetzt. Sieht so aus, als hätte er überlebt. Die kleine Smoothie-Achterbahn hat ihm wohl nicht gereicht. Also gut. Was wissen wir über unseren neuen Freund? Naja. Wisst ihr, ich hab die DNA von Clayface schon einmal untersucht, aber das hier ist etwas komplett anderes. Die Struktur ändert sich ständig. So als könnte sie sich nicht wieder zusammensetzen. Wir haben beschädigte Nukleotide, instabile Phosphatgruppen und extreme Synthesestörungen. Das ist nicht mal für Clayface ansatzweise normal. Diese Probe wirkt über alle Maßen durcheinander. Fast so als, als wollte sie fünf Dinge gleichzeitig sein. Oh, vielleicht, weil diese Teile von ihm allein einfach nicht ausreichen, um sich zu einer bewussten Gesamteinheit zu stabilisieren. Ihr zieht schon wieder eure Nerd-Nummer ab. Sorry. Clayface ist vielleicht an zu vielen Orten auf einmal und hat daher Probleme, irgendwas Bestimmtes zu sein. Aber je mehr Clayface zusammenfindet, desto stärker und schlauer wird er letztendlich. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen. Was, wenn er bereits sein Bewusstsein hat? Wir können ihn doch nicht einfach so lassen. Wenn wir ihn zusammenfügen, gefährden wir die gesamte Stadt. Das Risiko ist viel zu groß. Das würde uns ohnehin nichts bringen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist. Das Staubecken ist mit der Kanalisation der gesamten Stadt verbunden. Er könnte überall sein. Wahrscheinlich sind sogar noch Teile von ihm im Trinkwasser. Das war's dann wohl, Jason. Ihm passiert nichts. Hoffe ich zumindest. Ich scanne die Stadt nach der Tonsignatur und ich sag Bescheid, wenn ich was finde. Na, dann viel Spaß dabei. Sieht aus, als würde Clayface einen Ausflug zu den Docks machen. Wonach sucht er? Schwer zu sagen. Mr. Carlo war schon immer unberechenbar. Er will sicher nicht schwimmen gehen. Ich werde mal nachsehen. Vorsicht. Wir wissen noch immer nicht, was die Turbine mit ihm angestellt haben könnte. Die Einbrecher müssen die Elliot Studios fast leergeräumt haben. Wer klaut denn bitte Farbe und Stoff? Clayface war auf jeden Fall hier. Der Bett-Computer hat Clayface irgendwo hier verortet. Der einfachste Job, den wir je hatten. Ich weiß nicht, wer ihn mitgebracht hat, aber ich schulde ihm einen Drink. Aber mach dir dir das kein bisschen an. Der Typ könnte einen Sprachcontainer... Wir haben doch den Rauch und weg hier. Hallo, Clayface, danke. Her! Ja, versuch's nur. Ich finde dich eh. Backentum? Clayface ist hier, aber er flieht. Bleib an ihm dran. Letzter! Ich weiß nicht. Ja, sofort. Der geht in den Untergrund. Vielleicht geht er in die Kanalisation. Aber warum? Ich werde nicht ein paar Minuten und hohe Statt sein. Und Hohstattel. Und Höhber. Und Monster. Ja, die Ministerin, ich werde dich unterhalten. Was ist das? Das war's für heute. Das Einzige, was in diesem Film stimmt, ist Bezils Name. Das ist wohl nicht so groß. Ich hätte dich schon längst töten sollen, Hazel. Den Fehler mache ich nicht noch mal. Das ist sehr frei interpretiert. Batman hat Gefangene gerettet. Deine Gefangene. Du bist selbst in die Turbine gestürzt. Das war nicht das, was Batman gewollt hat. Woher weißt du das? Du wirst nicht da! Ich habe die Aufnahmen gesehen. Er hatte nichts damit zu tun. Wenn Batman will, dass ich das Leben auf uns lebe, soll er, der nicht selbst kommt. Er soll kommen. Er kann nicht. Er ist tot. Aber er war beim Schraube. Wo ein paar Teile. Das ist fast ein Jahr her. Du erinnerst dich echt nicht, was? Er ist tot. Oh, come on! Oh, come on! Oh, come on! Batman ist tot, Basil. Was immer das ist, du musst damit aufhören. Die Verfilmung zehrt eine wahre Geschichte, du. Meine Geschichte. Adore die Schöne! Du willst mich doch verarschen. Oh, ja, geht's los! Oh, ja, geht's los! Oh, ja, geht's los! Oh, ja! Oh, ja, geht's los! Oh, ja, geht's los! Oh, ja, geht's los! Oh, ja, geht's los! Ziehen wir's durch! Ich zeig dir, wie man was machen kann! Ich zeig dir, warte! Ich zeig dir, warte! Ich bin die Perfekte Kuleser. für mein nächstes Projekt. Du wirst es lieben. Wir sind nicht so am Himmel. Glockenturm, Clayface ist entwischt. Ich komm nach Hause. Das war's dann. Alfred tappt direkt in Robins Falle. Matt in zwei. Was? Wie hast du... Alter Trick. So gewinnt Alfred. Zeig's mir. Robin muss seinen eigenen Weg zum Sieg finden. Robin denkt, das klingt viel schwerer. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Das ist ein Schicksal. Du hättest sagen können, dass deine Liga plant, beim Palen Massaker zu veranstalten. Sieht das aus wie meine Liga? Nahmen Sie dem Rat den Kopf? Oder ihr? Nein. Trotz der ganzen Morde lebt die Stimme noch. Dann greift die Liga weiter an. Und das ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Rat wird sich mit Talents revanchieren. Wie viele von Gothams Bewohnern sollen dabei draufgehen, Talia? Unzählige. Die Liga wird die Stadt heimsuchen. Und der Rat bereitet etwas noch Größeres vor. Und das wäre? Langstrom schrieb, lebende Objekte ergeben noch stärkere Talents. Ich will lieber nicht hier sein, wenn sie rauskommen. Was weißt du noch über Langstroms Umtriebe? So gern ich mit euch plaudere, Gotham wird mir doch zu ungemütlich. Kommt mich nicht suchen. Hey Glockenturm, hast du das gehört? Ja, da kommen noch größere und bessere Talents auf uns zu. Wir müssen weitermachen, sonst geht die Stadt bald in Flammen auf. Finden wir ein paar Quellen. Dachte schon, du würdest nie kommen. Ich wollte ihnen genug Zeit für die Akten geben, die ich geschickt hatte. Ganz schön schwere Lektüre. Ein Geheimbund, der Gotham kontrolliert? Mit Jacob Kane an der Spitze? Dann noch die ganzen Morde. Ich würde sagen, du irrst dich, wenn es nicht so viel Sinn ergeben würde. Ich habe im Laufe der Jahre viele zwielichtige Vorkommnisse gesehen und das erklärt sie alle. Wir müssen Kane zur Strecke bringen und den Rat auch. Es gibt zu viele korrupte Polizisten, um ihn einfach zu verhaften. Wenn ich jemanden hätte, dem ich vertrauen kann, könnten wir vielleicht Beweise sammeln. Ich bin ja auch noch da. Ich werde den Rat aufmischen und sehen, was ich rausfinde. Ein Rächer soll mal einen Polizisten gerettet haben. Glockenturm. Montoya will, dass ich mir ein paar korrupte Cops vornehme. Die Bullen sollen vor Schmerz brüllen. Halt uns auf dem Laufenden. Ich sage ja schon immer, die Leute... ...komm her! Hey, komm her! Hey, komm her! Hey, komm her! Hey, komm her! Sicher hocken da noch mehr drin. Es bringt nichts, wenn ich hier warte. Die dürfen nicht wissen, dass ich hier bin. Hm, noch ein Labor. Was hat Freeze hier gemacht? Freeze hat seine Maschine an sich hier gebaut? Cool, nicht wahr? Und wir können uns nehmen, was wir wollen? Yep. Das ist wie als Kind im Transistor-Laden. Licht aus. Zeig dir ein Schläppchen. Wehr dich nicht. Ich bin Acting. Das ist das. Ich bin die Schläppchen. Ich höre ein Klopfen. Ist da noch jemand drin? Jemand hat sich sehr viel Mühe gegeben, diese Tür zu verstärken. Was ist dahinter? Tod. Ein Wissenschaftler, wie es aussieht. Er wollte an diese Konsole gelangen. Du weißt schon, dass du im Arsch bist. Keine Ahnung, was sie hier gelagert hatten. Aber es muss wichtig gewesen sein. Noch ein Wissenschaftler tot. Was hat sich Freeze dabei gedacht? Dem Ausweis nach Dr. Theodor Abschott, Leiter der Kryogenforschung. Victor hat trotz aller Gefahren getan, was er getan hat. Ich habe ihn nur unterstützt, aber meine Unterstützung war absolut. Gut. So sieht Schuld aus. Die von uns gebaute Maschine ist unsicher. Ungetestet. Natürlich habe ich auf eine Sicherung bestanden. Einen Unterbrecher, falls Victor damit Gott spielen will. Der Unterbrecher hat Victor Hasen gemacht. Er fragte, ob ich den Glauben verloren hätte. Ich habe ihn versteckt, statt ihn zu zerstören. Weil ich ihn fast so sehr fürchte, wie das geschaffene Potenzial. Wenn du das hörst, vergib mir. Bitte. Eine Sicherung versteckt in seinem Büro? Jeder hat Geheimnisse. Geheimnis. Die Sicherung muss hier irgendwo sein. Ein verstecktes Fach unter dem Boden. Klassiker. Glockenturm. Hab einen Unterbrecher bei Quartz Labs gefunden. Der Erbauer von Freeze Maschine hat auch das Ding gebaut. Muss wichtig sein. Gute Arbeit. Wir warten dann im Glockenturm. Haben Sie in den Quartz Labs noch etwas zu Mr. Freeze gefunden? Nicht wirklich. Aber was er auch geplant hat, er hat Dr. Abschott dafür getötet. Wenigstens haben wir den Unterbrecher. Wenn wir rausfinden könnten, was Freeze aus dem Labor gestohlen hat, wüssten wir, womit wir es zu tun haben. Dachte mir, dass du hier bist. Naja, nicht hier, hier. Aber an so einem Ort. Ist nett hier. Gemütlich. Echt gemütlich. Ich mag vor allem die, äh, Steine. Ich könnte hierbleiben. Die ganze Nacht. Na klar doch. Dick? Dick! Ich war mal Akrobat, weißt du? Na gut, setz dich. Aber halt schön die Klappe. Er... Also gut, ich hab dir geholfen. Jetzt musst du mir helfen. Meine Familie hat von unserem kleinen Schwätzchen gehört. Sie wollen Blut sehen. Bitte, du musst kommen, bevor... Wir müssen zur Iceberg Lounge. Schnell! Der Rat, Talia, jetzt die Liga? Kommt mir langsam wie das Hauptquartier der Schurken vor. Wir kriegen das hin. Ganz bestimmt. Du hast ja noch ein paar Tricks auf Lager, Herr Akropat. Ja. Tricks, Saltos. Ich wäre ein guter Assassine geworden. Ich weiß nicht. Ich finde die Spiele nicht in deiner Liga. Ich gebe mich geschlagen. Das lässt nichts Gutes erahnen. Ich bin hier. Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Ich weiß, das hilft dir auch nicht. Nicht weiter. Aber der Stärkere gewinnt. Und na ja... Das bin eben immer ich. bin ich. der Stärkere gewinnt. Du bist auch nicht der Stärkere wie in Deutschland. view coarseangsäsen. Ich bin hier zum Chef in Satan. Nei... Da wird mein Was ist passiert? Und wie bin ich hierher gekommen? Glockenturm, hörst du mich? Und kein Signal. Na toll. Was? Ich bin wieder hier? Unmöglich! Was ist passiert? Unsinn! Der Alla Schechser wird weggegeben. Das ist nicht okay! Was? Was ist das? UNTERTITELUNG Missed! Elfra? Nein. Nein, nein, nein! Alfred! Was ist das? Mom? Dad? Dad? Nein, ich will das nicht noch mal erleben. Was ist passiert? Vielleicht was kann ich noch nicht haben, aber wir können das nachvollziehen. Nein, ich will das nicht noch mal erleben. Nein, ich will das nicht noch mal erleben. Endlich. Ist das Ding kaputt? Alter. Alter. Hup! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, mein Kopf. Immerhin ist die Luft sauber. Sie haben das Gas in jeden Raum gepumpt. Mir stimmt was nicht. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Komm ich hier je wieder raus? Oh, mein Kopf. Nightwing, der Rat der Eulen verurteilt dich zum Tode. Oh, mein Kopf. 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 Vielleicht ist das ein Ausweg. Ich glaube, die haben die Räume bewegt. Der Ort hat eine Stange Geld gekostet, nur um Leute zu quälen. Vielleicht finde ich raus, was sie sonst noch vorhaben. Was meinst du damit? Ist das unmöglich? Guck mal, gib mir! Ich verpäst, gib mir! Ich habe ihn hier. Guck mal, ich bin hier! Ah! 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 Wozu das wohl dient? Also, ich brauch nur noch einen Weg da rüber. Hinter den Tanks ist ein Ausgang. Was passiert wohl, wenn ich die Ventile treffe? Bin wohl auf der richtigen Spur. Arschkalt! Arschkalt! Das ist wohl der Forschungsleiter. Gut, dass ich ein paar Fragen habe. Die Körpers sind kompromisiert. Sofort, Projekt Volaius! Du scheinst zu wissen, was hier los ist. Wo sind wir? Hier bereiten wir Freiwillige für das Projekt Volaius vor. Es ist ein Zellen-Einsatz. Freiwillige? Ich dachte, ihr nehmt Tote dafür. Anfangs sind sie ja nicht tot. Die Neuen opfern sich dann aber für die Sache. Okay, ich schlag dich jetzt, Caro. Mein Gott. Das sind aber viele Terrans. Sie könnten die gesamte Stadt einnehmen. Es steht mir der Ratsch. Ich muss mir die Ukraine mal kaputtieren. Die Zeit der Nacht! Unsere Pärten zu warten, die größere Zahl als hier zu voren. Sie sind unter der besten Hoffnung, um ihnen aufzuhören, die Glocken mal zu treißen und unser Gerät zu kühlen und bein. Wir haben euren Dank euch für eure Opfer und eure Jünger. Vielen Dank! Wenn ich das Kühlsystem überlaste, kann ich verhindern, dass sie erwachen. Was ich mit der Steuerung wohl machen kann. Vielleicht brauche ich genau diese Konsolen. Noch mehr Talents. Genau was ich brauche. Was ich mit dem Namen? 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 Ich werde mit dem Namen. Oh Gott. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Es tut nicht so, als wäre ich nicht hier. Du bist nicht Bruce und ihr auch nicht. Es reicht. Ganz Gotham wollte Batman an den Kragen. Wenn Bruce heimkam, blutig, fast tot, hab ich ihn gefleckt. Genauso wie euch jetzt. Er war oft wütend. Aber er sank nie auf ihr Niveau. Das werdet ihr auch nicht. Alfred hat recht. Batman hat ein Kodex. Wie hart es auch werden wird. Wir bleiben ihm treu. Der Rat besteht aus Gothams Gründerfamilien. Für sie gilt, Blut ist dicker als Wasser. Sie sind zwar verwandt, aber keine Familie. Nicht so wie wir. Die Beweise, die wir gegen Cain im Hotel gefunden haben, sind praktisch kugelsicher. Dann sollten wir keinen Krieg gegen sie führen, sondern sie anklagen. Cain wird sich keinem Haftbefehl fügen. Das wird er, wenn wir den Cops helfen. Den Cops, die gerade Jagd auf Rächer in Gotham machen? Mindestens ein Cop ist noch auf unserer Seite. Oh, äh. Das verschieben wir mal. Ich muss duschen. Geht es um Bruce? Was? Was bringt dich darauf? Ich weiß alles über dich, Dick Grayson. Du liebst Cornflakes. Du hast geweint, als ich Schluss gemacht habe. Und du bewunderst vorm Spiegel gern deinen eigenen Arsch. Vor allem weiß ich, dass du seinen Anzug nicht ansehen kannst. Habe ich nicht mit dir Schluss gemacht? Weißt du was? Vergiss es. Ja. Es geht um Bruce. Wir hatten Streit. Bevor ich nach Bloodhaven ging. Er riet mir nie, die Maske anzuziehen. Nicht wie er. Babs, ich gebe mir solche Mühe, das Ding nicht zu vermasseln. Sein ganzes Lebenswerk. Es liegt in meiner Hand. Du bist aber nicht allein, Dummkopf. Warum wohl hat Bruce uns alle trainiert? Ich vergesse immer, wie klug du bist. Okay, das ist eklig. Du bist ja total verschwitzt. Hey! Wir haben hier ein Dutzend Erfrorene. Wo bleibt der Notarzt? An alle Einheiten. Feuergesicht beim Alien Center. Unzählige Unfälle. Zu viele. Wir können nicht auf alle reagieren. Hat der Wetterbericht was von einer Eiszeit gesagt? Achtung, Extremwetterereignis im Gange. Es wurde innerhalb von Minuten 20 Grad kälter. Eine extreme Kitefront? Das ist nicht möglich. Nicht ohne etwas Hilfe. Freeze. Freeze macht jetzt das Wetter? Freeze macht jetzt das Wetter. Der Sturm konzentriert sich um das Alien Center. Wir müssen sofort dahin. Das Alien Center ist voller Eis. Die Anomalie ist auf dem Dach. Es muss fließen. Sehen wir uns das näher an. Alle Einheiten am Alien Center. Luftunterstützung unterwegs. Seite auf den oberen Etagen. Eröffnet das Feuer. Lufteinheit. Sehen Sie mal nach. Das GCPD ist demnich bewachsen. Zum Glück bist du rechtzeitig gekommen. Oh! Das ist die Anomalie! Oh! 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 Verschränkens ist es so! Ah! Oh! 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 Der Sturm wird stärker. Ich empfehle Ihnen, möglichst schnell einen Weg ins Aerial Center zu finden. Keine Sorge, der GCPD-Heli hat sich darum gekümmert. Ein Rächer! Hey! Du hast den Sie-Test beschuldet! Glockenturm hier. Das GCPD zieht den Helikopter aufgrund der Schwere des Sturms zurück. Ja, klar. Weiter geht's. Glockenturm. Was zur Hölle war das? Das Gebäude könnte wegen des Gewichts des Eises instabil werden. Toll. Zerquetscht und gefroren. Diese Wettermaschine muss weg. Du hast bestimmt nicht viel Zeit. Geht! 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 Ich will den Bauunternehmer sprechen. Perfekte Landung. Turis. Sie waren im Zentrum zu Besuch, als Freeze ankam. Sie müssen so viel Angst gehabt haben. Ja, es ist jemand hier. Wir müssen leiser sein. Warum können wir da nicht raus, wenn ich mit der Maschine helfe? Dir ist schon klar, wie kalt es da oben ist, oder? Wenn du erfrieren willst, nur zu. Da ist also wohl Langeweile zu sterben. Da ist es. Da ist es. Ja. Mach doch mal Pause. Mach doch mal Pause. Allianz! Allianz! Ja, okay. Das ist da nur! An mir ab, Gott! Ich muss dir sie! Ich weiß, nimm im Notfall nie einen Aufzug. Willst du wirklich all diese Treppen steigen? Ich wette, die Kabel führt zu Freeze und seiner Maschine. Glockenturm, was passiert da draußen? Zahllose Tote und die Temperatur fehlt weiter. Verdammt. Ich kick dich, Freeze. Fest da. Es muss Freeze-Wettermaschine sein. Ich versuch's mit dem Unterbrecher. Vorsichtig. Diese Maschine schluckt eine Menge Energie. Unterbrecher ist positioniert. Wird geladen. Weg von meiner Sturmmaschine! Was? Von dem Schrotting? Verzieh dich. Oder du bereust es. Irrelevant. Ich hab schon, was ich will. Ein Sturm umhüllt ganz Gotten. Nichts kann ihn aufhalten. Du wirst alles hier büßen. Oder du wirst. Ich schlifte Eis noch, was ich? Ich schlifte die Kerl. Was? Doch sich wohl ist. Ich bin stärker, als du dir dir vorstellen kannst. Du hast schon verloren. Die Käse wird dich töten. Batman wollte nämlich ein Heilmittel finden. Er hat es versprochen. Batman ist tot, Freeze. Aber ihr wolltet ihn treffen. Ich habe einen anderen Weg gefunden. Chaos vor Heilmitteln. Wollten Sie doch Verbrechers? Es stört einfach alles. Auch deinen Anzug. Was? Du wachst es? Verdammt! Ich werde dich nur warnen. Ja! Geht dich der Kämpfe hin? Nicht hält mich auf! Du wirst dir sterben! Jetzt lernst du meinen Schmerz kennen! Ich freue mich darauf, dich erfrieren zu sehen! Es gibt keinen Kommen! Es gibt keinen Kommen! Es gibt keinen Kommen! Der Unterbrecher ist fast aufgeladen. Ich fürchte, es bleibt nicht mehr viel Zeit, bis er ausgelöst wird. Kaffeln ohne Batman! Eine Katastrophe! Es ist tot! Verbrechers werden. Verbrechers werden. Du bist ein weper! Wie bitte! Gott, das Lord is on your back then! Eine Eiszeit schiebt den Tor! Keep out, please! Du bist hier die Katastrophe! Ich bringe es zu Ende. Ich vernichte dich! Es ist keine Kunde! Doch nicht so tough, huh? Freeze! System überlastet. Krio-Gel-Zyklus offline. Harter Recept erfordert. Nicht so fassen, dass ich das mache. Hier, hier. System Reset erfolgreich. Krio-Gel-Zyklus online. Lebst du noch? Du hättest mich sterben lassen sollen. Das wär... leichter für dich gewesen. Die Wettermaschine ist offline und der Sturm klärt auf. Der undankbare Hund sagte, ich hätt ihn sterben lassen sollen. Könnte recht haben. Victor hatte immer das Potenzial, Gotham ins Chaos zu stürzen. Bis heute geht ihn ein Funk Menschlichkeit davon ab. Und jetzt... liegt es an mir. Das ist voll krass. Was du schon erlebt hast, Mann, Alfred! Nach meinem letzten Einsatz kam ich nach Gotham. Was dann folgte, hätte ich mir wirklich nie träumen lassen. Hm. Hightech-Straßengangs. Geheimbünde. Helden in Capes. Klingt wirklich lächerlich, wenn man es laut sagt. Ich dachte, der Krieg läge hinter mir. Doch ein anderer wartete bereits auf mich. Es gibt neue Kämpfer. Und auch die Fronten ändern sich. Doch die Kosten sind immer gleich. Ja. Unsere Narben beweisen es. Bruce. Bruce gab sich die Schuld für deinen Tod. Und die Dunkelheit, die folgte. Auch in den schlimmsten Zeiten war klar, dass du trotz allem ein besserer Mensch werden konntest. Oft fühle ich mich kaum wie ein Mensch. Geschweige denn ein besserer. Er glaubte an dich. Und war stolz auf deine Fortschritte. Besonders nach allem, was du durchgemacht hattest. Fortschritte. bekommen. Hey Montoya, wie kommt der Fall gegen den Colonel voran? Ich habe genug Beweise, um Kane jahrelang wegzusperren. Der Haftbefehl ist das Problem. Wie immer also? Ich war bei jedem Richter, den ich kenne. Keiner will unterzeichnen. Aus Angst. Das überrascht mich nicht. Auch ohne die Verbindung zum Rat hat Kane eine Menge Macht und Waffen. Waren Sie bei Richterin Moreno? Sie hat schon Mitglieder der Elite eingebuchtet. Ihr ist egal, wen Sie verärgert. Eleanor war einer der ersten Namen auf meiner Liste. Aber der Chelsea-Tunnelfall scheint alles verändert zu haben. Sie ist untergetaucht. Richter verschwinden nicht einfach. Nicht mal in dieser Stadt. Ich höre mich mal um, vielleicht kann uns ja jemand weiterhelfen. Ist der Haftbefehl unterschrieben? Führe ich ihn aus. Hör mal. Falls du an deinem Dad zweifelst, solltest du etwas wissen. Er hat den Rat der Eulen nicht gedeckt. Ein paar der Fälle hat er gelöst. Nicht nur ein paar. Er hat den Rat bekämpft, auch wenn er nichts über ihn wusste. Hätte ich wissen sollen. Es ist nur... Vielleicht kannte ich ihn nicht so gut, wie ich dachte. Du wolltest Beweise. Genau wie Bruce. Hätte sie früher finden sollen. Ich war Oracle. Ich hatte Zugang zu jedem Computersystem in Gotham. Wie konnte mir etwas wie der Rat entgehen? Du meinst, wie ist dir bloß der böse Geheimbund entgangen, der sich vor uns allen verborgen hat? Jahrhunderte lang. Ich meine, selbst dein Dad und Batman haben nichts von ihm gewusst. Wenn du so redest, klingst du wie Dick. Danke. Also, kann ich jetzt beim Mörderpuppenhaus helfen? Klar. Ja. Ja. Die Dad. Ja. Obwohl, Ihre Mama donne. Alles Tetigers. ững Your Mama-in-Surf transportation på einem Wiege mapiert sind viele später fürré date dele. Wiege laws lgw und dans dieциste Barn so δεν sehen, ihre Madonna. Ich bin dran für Sie. aaah. Sie! Gen 3. ould Gäuert sondern! Ich bin dran für ihn. Oh, das ist nicht gut. Es gibt Unruhen in ganz Gotham. Wow. Dr. Q lädt all ihre Quinneys zu einer Wellness-Party ein. Wunderbar. Sendet das Bad-Signal oder so. Das lockt sie heraus. Es ist Montoya. Was soll ich denn sagen, Crispus? Sie ist eine Fußballmann. Nimm sie einfach fest, Mann. Hey. Einen Moment. Nightwing, hier läuft etwas Seltsames. Wir haben Blockaden aufgestellt. Aber wer weiß, wie lange die halten werden. Montoya, Harley zettelt diese Unruhen an. Haltet Stellung. Wir kommen zu euch. Wie viele von euch sind denn gerade da? Egal. Ist nicht wichtig. Seid nur schnell. Okay. Wir haben ein Ziel. Schlagen wir zu. Mir egal, was ihr tun müsst. Halte die Barrikade. Lange Abend. So wie immer. Der ferne Sound des Chaos ruft wieder. Willkommen in Gotham. Immer noch keine Spur von Harley. Das ist doch lächerlich. Wofür müssen Fußballmoms und Yogadads denn randalieren? Vielleicht ein Leggings-Ausverkauf? Mal sehen, was ich rausfinde. Pass auf. Wenn du stirbst, wäre das eine Menge Papierkram. Ha, ein Eiswagen? Vielleicht ist Heißung eine Nebenwirkung von Rack. Oh nein. Haben wir was kaputt gemacht? Oder ist das im Klantat hin? Habt ihr durch den Unfall die Sender im Eiswagen verstört? Nein. Heute Abend sollte es richtig abgehen. Wollen wir denn jetzt für Rack? Mich hat was hab ich. Das ist weg. Ich mach dich alles. Das war's dann wohl. Lockend rum? Ich hab einen medizinischen Chip. Ich schick dir die Seriennummer. Die Nummer gehört zu einer Art Neuroimplantat. Es wird derzeit in den Degget Labs an Menschen getestet. Harley muss es manipuliert haben. Kann man feststellen, was es macht? Es schafft jegliche Hemmschwellen im Gehirn ab. Es gibt eine Begrenze, aber den kann man deaktivieren. Sie benutzt es um. Ja, das ist der Grund für die Unruhen. Sie haben die Kontrolle verloren. Solange das Implantat aktiv ist, haben diese Leute wahrscheinlich von nichts und niemandem Angst. Das ist übel. Wie viele Wagen gibt es? Der Wagen scheint irgendeine Art Signal auszusenden. Anscheinend wird an mehrere medizinische Geräte gesendet. Harley hat im Monarch Theater Implantate verteilt. Das muss zusammenhängen. Da ist sie. Ich brauch dich beim Gotham General. Schnell! Montoya, immer ein Vergnügen. Ich geb's nicht gern zu, aber wir brauchen vielleicht eine Hilfe. Nichts? Na gut! Gernst du spielen? Ich spiele nämlich gern. Da könnte alles drin sein. Ich steh vor dem verfluchten Krankenhaus, Batgirl. Wir müssen da rein. Halt, Montoya! Harley hat Zivilisten da drin. Ich kümmere mich um sie, bevor ihr es stürmt. Mist. Gut. Aber ich erwarte einen kompletten Bericht. Jetzt muss ich nur noch Harley finden. In den Krankenhausplänen ist ein Sicherheitsraum verzeichnet. Die Überwachungskameras finden Sie bestimmt. Oh Gott, weißt du eigentlich, wie lahm du bist? Ich war ein wenig beschäftigt mit all deinen Freunden, Harley. Dein Ton gefällt mir nicht. Erst recht nicht, weil die Geschenke für dich sind. Ich lass dich mal für eine Weile in Ruhe. Das ist nicht gut. Harley wird nicht aufhören. Ich hab genug von diesem dummen Song. Und das ist noch eins für mich. Was? Hä? Hm. Ha. Kinder spielen. Fuck. Mist. Reiß dich zu Boden. Ha! Das ist nicht besorgen! Hier ist ein... Crap Girl! Nächster Halt, Knast. Kennst du schon meine Freunde? Sie sind jetzt frei! Macht mehr Spaß! Nein, du bringst sie um, Harley. Deine dumme Stadt hat sie getötet! Egal. Du wirst sie auf der Party schon sehen. Oh nein. Hilf uns doch jemand, bitte! Ruhe! Vielleicht schnackt ihr den Zell ein! Oh nein. Geisen! Okay! Nicht gut! Ich hab' dir was gefunden! Ich hab' dir was gefunden! Stell' uns besser aus! Das hab' ich so nicht vor! Montoya! Die Zivilisten kommen gleich raus! Kümmere dich um sie! Okay! Der Sicherheitsraum muss hinter der Kapelle sein! Gere! 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 Fertig! Du wirst dich wahnsinnig freuen! Eher nicht! Typisch! Hör' dich! Whoah! Ich seh dich! Hör' dich! Bleib liegen! Ich bin so frei. L3, dann mach ich mich mal auf. Ach, dämliches Lied. Das ist echte Hochspannung. Hinterlässt sicher Spuren. L3, dann mach ich mich mal auf. 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 L4, dann mach ich mich mal auf. Bisher habe ich mich zurück. Das gibt wohl eine Narbe. Seid nicht frech! Mama redet gerade! Ach, damit kontrollierst du sie also? Gib das her! Nein! Mein Spielzeug! Dieses Spiel läuft jetzt lange genug, Harley. Also, das ist schon in Planung seit Blackgate. Willkommen zu meiner Party! Ah, das sieht nicht aus wie eine Party. Das ist so weil! Die Kerzen noch nicht! Brennen! Jetzt! Wielen wir, Wettköre! Gut! Gut! Nicht schnell genug! Nicht so fester! Spiel mit mir! Du wirst mir das nicht versauen! Yes! Dr. Q macht das schon! Ja! Autsch! Du bist des Ernstes! Gefällt mir! Ja! Da wäre doch noch meine besondere Überraschung! Ja! Mava hat was zu erledigen! Ihr haltet sie hier beschäftigt! Ja! Tschüssi! Oh Mann! Ich mach dich alles! Ich mach dich alles! Ach, du hast mich nicht gefasst! Ach, du hast mich nicht gefasst! Achtung! Habt ihr mich vermisst? Das ist mein Lieblingsort! Kommt jetzt hier rüber! Ich schütt mich zu machen! Ja! 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 Ich muss mir das genauer Schatz werden! Ja! 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 Warum hörst du nicht auf damit, Harley? Ich bin gleich bei dir. Das darfst du nicht! Wird schon schief gehen. Was zum Teufel hab ich getan? Weg von hier! Schnell! Hey! Wohin willst du? Du kannst doch nicht gehen! Das macht doch Spaß! Die Party ist aus, Harley. Die Party ist erst dann aus, wenn ich es sage! Mit Empfehlung von Dr. Yu! Die Party! Ah, schnell! Doch, doch, Pew, mach das schon. Du hast doch geschummelt. Vance hätte mich ganz sicher noch viel schneller gefunden. Und, 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 er hätte mich persönlich nach Blackgate zurückgebracht. Wie ein Gentleman. Ich werde die Beschwerde für dich weitergeben. Aber ich glaube, du hast es langsam raus, Verbrecher einzulochen und so. Danke. Ich habe eine volle Zelle und die Sanitäterin hasst mich. Ich schiebe alles auf dich, ja? Das kannst du gern tun. Lass das klugscheißen, das macht mir noch wochenlang Kopfschmerzen. Du hast es unter Kontrolle. Ach ja, mein Schreibtisch ist voller offener Fälle mit... Verdammt nochmal! Sag das weiter, Clown Girl, dann kneble ich dich. Sch, sch... Sch! 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 Zeit! Natürlich. Wir müssen Läglieder zurückd ham. Und praktisch, wenn die Bösewichte zu einem kommen. Die Bösewichte sind die Bösewichte. Richterin Moreno, geht es Ihnen gut? Sie wollten mich töten, so wie Sie meinen Bruder getötet haben. Armer Alex. Und das nur, weil ich die Bauarbeiten am Chertsee-Tunnel nicht einstellen wollte? Ich fürchte ja. Der Rat mag keinen, nein. Mist, es gibt ihn wirklich. Jacob Kane ist Ihr Anführer. Montreuer hat einen Haftbefehl für ihn, wegen Mordes. Sollte ausreichen. Ich unterschreibe. Solche Leute dürfen die Stadt nicht terrorisieren. Da sind wir uns einig. Danke für Ihr Vertrauen. Soll sie jemand zurückbringen? Das wird schon erledigt. Ich wusste, dass die Freaks nicht damit durchkommen und hab rumtelefoniert. Vielen Dank. Und viel Glück, Nightwing. Blockenturm, Moreno ist trotz des Rates lebendig. Sie hat Montreuers Haftbefehl unterschrieben. Bestätigt. Wir werden Moreno sicher unterbringen. Ist die Augenbinde echt nötig? Jetzt nicht mehr. Sieh dir das an. Halt. Barbara? Was machst du denn hier? Renee. Schön, dass du hier bist. Willkommen im Glockenturm. Du bist Batgirl. Wusste Jim das? Er hat zumindest nie was gesagt. Aber jetzt weißt du's. Du hilfst uns mit Jacob Kane, also... Müssen wir uns vertrauen. Dick Grayson. Du musst dann wohl Nightwing sein. So offensichtlich? Ziemlich offensichtlich. Du machst ja nicht mal... ...ne andere Stimme oder so. Robin. Hab dich noch nie ohne Kostüm gesehen. Eigentlich... ...schon. So... ...etwa fünfmal. Ach ja. Tim Drake, richtig. Sind jetzt alle Karten auf dem Tisch? Wir haben Plan zu besprechen. Jason Todd. Die Toten schlafen nicht. Das höre ich oft. Hast du was erreicht? Der Richter hat wirklich die Jacob Kane-Klage abgesegnet. Verschwörung gegen Langstrom. Saubere Detektivarbeit. Wenn ihr Kane aus diesem Versteck bekommt, sorge ich dafür, dass jeder ehrliche Cop in Gotham davor wartet. Hm. Aber das wird nicht leicht. Dieses Gebäude ist wie ein Panzer. Oh, schon klar. Gepanzerte Fassade, Flugabwehr auf dem Dach. Dafür haben wir... ...unsere Drohungen. Ich schätze, dafür habt ihr keine Lizenz. Nein, absolut nicht. Ich gebe zu, Pennyworth. Ich hatte gehofft, Sie wären Batman und hätten sich nur zur Ruhe gesetzt. Hm. Ich fühle mich geehrt. Doch die Wahrheit ist leider etwas trister. Tut mir wirklich leid. So. Nun zum Plan. Der Plan? Ja. Du wirst ihn lieben. Zuerst sammeln Sie sich am Treffpunkt in Sichtweite des Ziels. Kane Industries. Das Blackgate-Gefängnis wird angegriffen. Es sind die Regulators. Sie wollen Freeze befreien. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten. Wiederhole. Alle. Wir haben nicht viel Zeit. Mit der Drohne erreichen Sie das Gefängnis schneller. Die Regulators sind in das Gefängnis eingedrungen und marschieren zur Freeze-Zelle. Die Wärter sind in jeder Hinsicht unterlegen. Wir sollten sie besser sofort aufhalten. Also, wer will zuerst gehen? Denk nicht mal daran, zurückzukommen. Dich hat's ja völlig umgehauen. Ja, die Wärter haben Ihnen nicht viel Mühe gemacht. Glockentor, Freeze-Position? Er ist noch in seiner Zelle, aber die Regulators kommen immer näher. Das muss schneller gehen. Hast du den Schock berufen? Der Wärter wollte mich töten, oder? Zack! Hände hervor. Ja, hab's gesehen. Ich bin wie Freeze. Der sich mit mir anlegt, wird vereist. Schreckling. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Danke. Ich war gerade bei meinem Klienten, als das Chaos ausbrach. Ein Werter brachte mich her. Ansonsten wäre ich jetzt sicher tot. Kannst du die Tür zu Fries' Zelle öffnen? Ich glaube nicht. Angeblich funktioniert es gerne nur mit seinem Abdruck. Ich würde dir unter keinen Umständen helfen. Auch jetzt nicht. Gut. Zeit für einen neuen Plan. Wenn ich weiß, wo der Werter gewesen ist, suche ich nach etwas, das er angefasst hat und rekonstruiere den Hunter-Truck. Die Stiefel der Blackgate-Wärter hinterlassen solche Abdrücke. Ich sollte seine Spur verfolgen können. Hey, Glockenturm. Ich hab zwei Überlebende. Eine von ihnen muss abgetaut werden. Verstanden. Ich werde Montoya darüber informieren. Sehr gut. Das nenne ich einen Abdruck. Ich wusste, ich kann das. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Was ist das? Was ist das? Verdammt, was war das? Meine Lieblingskombination. Geschlossene Räume und Sprengstoff. Warum geht Freeze ohne seine Kühlausrüstung? Das ist Selbstmord. Der hat sich nach Ihren Treffen im Elliot Center wohl noch nicht ganz erholt. Vielleicht holen Sie ihn noch ein. Ich krieg ihn. Rink ist in seinem Weg. Zum Evakuierungspunkt. Los! Wie schafft er ein Frech? Wir brauchen Verstärkung auf dem Hof. Wiederhole Verstärkung. Freeze hat... Ruf. Verstanden. Kommst du nicht von dort? Sie sind... Ich kriege ihn. Dann muss viele Erwerbeien. Damit können Sie das. Das ist ein Weg. Das ist ein Weg. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich hab's ja gesagt. Du hättest mich sterben lassen sollen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Bald wird allen so kalt sein wie mir. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ja, 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 ich hab's ja gesagt. Du bist zu schwach, um mich zu besiegen. Ja, ich hab's ja gesagt. 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 Du bewegst mich niemals! So einfach verstörst du meine Kreativierung nicht! Der Sturm kommt nicht voll! Die Sturm kommt nicht voll! Ich bin der Weite, der Elemente! Die Sturm kommt nicht voll! Ich bin der Weite, der Heidewebwende! Das war's für heute. 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 Vielleicht Drogen oder Plutonium. Ich mein, er ist ein Teenager. Ein Schachspiel? Das kenne ich doch. Ist das von Bruce? Ja, handgemacht. Die Springer haben Fledermausohren. Sieh dir das an. Fledermausohren. Ich hab es aus Wayne Manor. Klar, war gefährlich, aber... Ich war vorsichtig. Keiner hat mich gesehen. Viel Risiko für ein Schachspiel. Alles, was wir aus dem Manor geborgen haben, gehörte Batman. Ich fand, es fehlt was von Bruce. Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Sie zu holen, würde zu lange dauern. Hey, vielleicht nehmen wir den als Köder. Oh! Das führt doch zu nichts. Hast du wieder was kaputt gemacht? Ha. Sie scheinen nach Norden zu wandern. Tim, der Ton bewegt sich. Das macht er manchmal kein Ding. Tim? Scheiße! Tim, er ist in den Abfluss. Warum hast du nichts gesagt? Hab ich. Das hat er wirklich. Leute, kommt mal her. Alle Stücke von Clayface in der Stadt halten aufs Staubecken zu. Toll. Dann erledigen wir alle auf einmal. Du hast es gesehen. Wenn sie die Rohre blockieren, wie hier, baut das riesigen Druck auf. Wenn der Damm bricht, wird North Gotham geflutet. Ohne Zeit zum Evakuieren. Ich ruf Montoya an und sag ihr, was los ist. Perfektes Timing. Kommissioner Kane ruft dauernd an. In der ganzen Stadt gibt es kein Wasser. Wir sollen uns sofort drum kümmern. Wann gehe ich jetzt? Irgendwas Besorgniserregendes da drin? Die meisten Leute von der Nachtschicht sind gegangen, nachdem sie gesehen haben, dass der Schlamm die Rohre hochfließt. Du solltest hier bald deine Ruhe haben. Damit komm ich klar. Besser du als ich. Verzieh dich, bevor die Verstärkung eintrifft. Ich bin jetzt drin. Ich kann Clayface nicht sehen. Er sagte, wir sehen uns bei der Premiere. Das muss eine Falle sein. Das muss eine Falle sein. Tja, das ist nicht gut. Kommst du wegen der Show, Robin? Spielen wir doch Theater. Suchst du noch den Helden? Jetzt ist es schlug. In der Nacht oder mir? Du hältst mich nicht auf. In einer Minute bist du top. Das war keine Worlds. Das war's. Achtung! Es ist wohl vorbei. Glockenturm? Clayface ist weg. Sind Sie sicher? Wir haben noch was auf dem Schirm. Die Werte sind hoch. Sie müssen sofort verschwinden. Ich schicke das Bad Cycle zu Ihrem Standort. Ich weiß, was ich hier tue. Dr. Thorne, ich kann die Bladeways nur an einem wach und trockenen Ohr unterlegen. Westlich von deiner Position befindet sich ein Schmelzwerk. Das ist 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 ein Schmelzwerk. Das war's für heute. 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 Ich weiß, dass... Das war's für heute. 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 Ich dachte, du musst es verstehen. Ich hoffe, du hörst zu. Als ich um Catherine's Hand anhielt, erwartete ich nur eine geschäftliche Transaktion. Es war die beste professionelle und persönliche Bindung, die ich mir erhoffen konnte. Ihre Familie hatte eine Sicherheitsfirma. Ich war im Waffengeschäft. Sie war ledig und ich frisch geschieden. Unsere Ehe würde eine reine Zweckehe sein, das dachte ich. Aber Catherine sieht weiter als ich. Sie ist tough, klug und ist nicht bereit, sich mit einem mittelmäßigen Partner zufrieden zu geben. Sie fordert mehr von mir und ich unterstütze ihre Bemühungen zu 100%. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Deine Mutter hat nie akzeptiert, dass es Dinge gab, die ich ihr nicht sagen konnte. Dafür war sie zu ehrlich. Catherine dagegen stellt mir nie Fragen, deren Antwort sie lieber nicht wüsste. Wir treten der Welt Hand in Hand entgegen und halten doch einen gesunden Abstand zueinander. Es ist ideal. Wir wünschten, du würdest verstehen, was wir in dem jeweils anderen sehen. Das kommt mir bekannt vor. Ein Sudoku? Oh, ich liebe Sudoku. Jedes Symbol darf nur einmal pro Zeile, Spalte und Block auftauchen. Oh Mann, wer wäre ich da? Okay, Hugh Hassler. Und da? Oh Mann. Es ist nicht so leicht, wie ich dachte. Jeder Block muss ein Symbol enthalten. Schon vergessen? Na also, hab den Rest vom Büro gefunden. Kane hat ja eine richtige Privatsammlung. Seltsam. Seltsam. Der Globus ist mit dem Gemälde verkabelt. Der Typ liegt offenbar Klassiker. Gepanzert. Hier kommt man wirklich nur mit Keynes Technologie durch. Jetzt soll der Laser seine Arbeit machen. Ich bin ein Laserbohrer. Serie Nummer KD 847 Prototyp. Ich weiß, was du bist, aber wie schneidest du? Schneide. Wow, das ist laut. Kannst du nicht leiser sein? Negativ. Kann Lightwing im Visier. Hau ab! Das wird sich schnell! Wer hätte da, wo sie sehen? Abhauen! Gruppostiker. Du konkarierst. Du konkarierst. Du konkarierst. Die KS-Lin werden. Du konkarierst. Du konkarierst. Und wenn das ist. Neu. Und wenn der Messer. Die Zeitung, mach die Flop! Landwink, stop das Flop! Hey, das ist ein Zeitwink. Nur noch 4-2! Ziel im Visier! Cain war zuletzt in diesem Aufzug. Sobald du Zugang hast, musst du losfahren. Wenn der Aufzug hält, ist der Plan, wie eine leere Seite auf der steht, improvisieren. Haben wir eine Vorstellung, was mich unten erwartet? Der Aufzug führt direkt von Cains Penthouse zu einem Bunker irgendwo unter dem Gebäude. Wir sind auf uns gestellt. Na toll. Cain kann hier alles Mögliche eingerichtet haben. Cain kann hier alles Mögliche eingerichtet haben. Gesicherte Aufzug geknackt. Schicke weitere Kräfte in die Sektoren 5 bis 7. Was ist hier los? Ist es wieder das Bataillon des Verwerbens? Nein! Was sind unsere Rechner hingebrochen? Verdammt! Halten wir sie auf, bevor sie zu Colonel Payne gelangt! Nay! Deshalb auf, wenn sie sich auf sie腿 verhalten hat. Hör auf sein! Alles fliegt noch schlimmer! Hier gibt's ne Kommandozentrale. Kane muss echt viel im Schilde führen, wenn er das alles braucht. Kains Sicherheitsleute sind gut. Da frage ich mich doch, wie er sie ausbildet. Wahrscheinlich so, wie er die Talents trainiert. Und die Besten werden dann befördert. Das seh ich mir besser an. Komm auf den Schatten raus und ich kenne nach die Handgeld an! Komm her! Mist! Es geht abwärts. Glockenturm, ich komme nicht weiter. Kann irgendjemand diesen Schrägaufzug hacken und den für mich öffnen? Ich habe einen Knurkenpunkt gefunden, der alle Bunkeraufzüge freischaltet. Nice. Es funktioniert. Achtung! Sicherheitspersonal! Einwanderlinge befinden sich auf dem unteren Gebäude hier. Schaffe Wasser! Es sind Rechte! Woher kommen die eigentlich? Allzugssicherheitspersonal! Die Gefahr ist gebannt! All zurück, Natoly! Das bezweifle ich. Und Talents, Natoly! Und Talents, Natoly! Wenn Polizei seht, Natoly! Hier spannend. Ich habe diese Einschränkungen gewonnen. Dann kommen sie raus und sieben. Oh je�� Formatismus. Jetzt bin sie... Was ist das? Ist alles in Ordnung? Ich hab nur Talens gehört. Ja, wenn er Talens auf uns hetzt, sind wir ihm dicht auf den Fersen. Sei vorsichtig. Wer weiß, was er als nächstes einsetzt. Was ist das denn? Hier wird die Stromversorgung kontrolliert. Und es ist eine Menge Strom. Und Strom abschalten? Dann wäre ich hier wohl gefangen. Ich muss nur einen anderen Weg finden. Der Reaktor hier unten ist mal was Neues. Überall Feuer und Giftgas. Ich müsste verrückt sein, um da durchzugehen. Außer... Hat noch jemand Zugang zum System? Ich. Was brauchst du? Kannst du was mit diesem Reaktor machen? Warte. Reaktor-Diagnose-Modus. Genau. Nimm den. Warte. Ohne. Warte. Ohne. Glockenturm, hier sind Sachen vom Rad der Eulen. Vielleicht kann ich rausfinden, was Cain vorhat. Kann mich jemand hören? Ich bin allein. Schon wieder. Was zum Teufel ist das? So viel Mühe! Das ist Gothams Vermittnis! Ist denen das nicht klar? Was ist das? Was ist das? Das ist das, was ich? Was ist das? Was ist das? Was ich mir sehe, da ist jemand. Das war's. Der Mann hat dich rechten. Der Mann hat dich rechten. Glockenturm. Na toll. Nichts. Das gleiche gepanzerte Zeug hätte ich jetzt einen sprechenden Laser. Tane hat jede Menge Spielzeug. Vielleicht geht damit die Tür auf. Eine Kransteuerung. Hoffentlich gewinne ich damit. Der Riesenlaser würde die Riesentür sicher im Kampf schlagen, wenn ich ihn in Reichweite bringen kann. Fehler. Kraftposition ungültig. Der Riesenlaser würde die Raupen. In der Riesentürkern hätte ich mich gerne darauf gewinnen. Der Riesenlaser wäre appointments für mich, wenn ich sie hier prafen. Dann möchte ich ihn mit der Riesenlaser würden. Der Riesenlaser würde sich um den Riesenlaser an. Fehler! Fahrzeug und Waffe falsch ausgerichtet. Bitte Fahrzeug drehen. Ich schätze, das steuert die Plattform. Ich bin gern unverwirrt. Waffen-System erfolgreich installiert. Ich hab's noch drauf. Hurra, die Laser-Steuerung. Mal sehen, was das Ding alles kann. Starte Waffen-System. Ach, komm schon. Steh auf, Jägerin. Auch wenn es sich nicht so anfühlen mag, das hier ist real. Du hast dich freiwillig gemeldet für eine dir weitaus überlegene Bestimmung für den Schutz unserer Stadt, für die Erhaltung der Ordnung. Gotham ist eine Zuflucht. Wo Würde gewachsen und gedeihen. Eindringlinge sind ungeziefer. Sie wollen nehmen, was ihnen nicht gehört. Sie sind gerissen. Sie verbergen sich in den Schatten. Aber du wirst sie jagen. Sie aufspüren. Sie vernichten. Diese Einrichtung wurde gebaut, um eine militärische Invasion zu überschreiten. Sie haben sich in den Schatten zu überschreiten. Sie haben sich in den Schatten zu überschreiten. Sie haben sich in den Schatten zu überschreiten. Du bist genau wie Bruce. Du weißt, was das beste von Gotham ist. Aber du führst den falschen Kampf. Die Liga der Schatten ist fanatisch. Sie würde die Stadt abschlachten. Komm sie zu säubern. Und jetzt? Bildest du eine Armee gegen die Liga? Um Gotham vor sich selbst zu. Gotham braucht Jäger. Die neuen Ritter. Sie gedeihen im Schatten. Wie Bruce. Und wie du. Aber sie wissen, wo sie hingehören. Es hat keine Zeit. Wird Zeit, dass ich Cain finde und das hier beende. Warum überrascht mich dein U-Boot nicht? Du bist wie Ungeziefer. Schau, was du kannst. Los, mach schon. Ich würd ja gern, aber komm gerade von der Maniküre. Du hattest im Orchard deine Chance. Du hast mich enttäuscht. Du hast Bruce enttäuscht. Er ist gestorben, nachdem du ihn im Stich gelassen hast. Gotham wird nie an den Rat glauben. Oder daran, dass ich die Stimme bin. Wir Leute müssen nur glauben, dass du Langstrom gekillt hast. Und wenn ich es tue? Hä? Welcher Reporter berichtet davon? Welcher Kopf nimmt mich fest? Welcher Richter verurteilt mich? Das ist dein Glückstag, Jacob. Es haben sich alle vor deiner Tür versammelt. Meine Frau ist Kommission. Ich komme sofort wieder frei. Montoya, hab deinen Täter. Hab ihn so vorgefunden. Sie arbeiten mit Ihnen, Detective? Dafür nimmt Catherine Ihnen die Marke. Ein kleiner Preis für Ihre Verhaftung. Ziemlich. Ziemlich. Mit ihm bleiben sie. Ziemlich. 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 Ein kleiner Preis für die Schmerz. Sie sind noch beteiligt? Mr. Cain, hier kommt ein Tal dazu. Stimmt es, dass Sie den Mord an Kirk Langstrom geplant haben? Hachen Sie auf! Diese korrupten Polizisten verschwören sich mit den Rächern gegen mich! Jetzt gibt es Ärger. Katharine, ich bin unschuldig! Lass den Mist, Jacob! Sag kein einziges Wort mehr! Jacob! 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 Du dummer, dummer Mann! Wir müssen die Leute hier wegbringen! Findet raus, wer das war! Sucht überall! Sucht die Dächer ab! Los! Talia! Lottenturm, Talia hat uns verraten und Jacob getötet. Sie flieht! Ich verfolge sie! Los, folge hier! Sie ist schnell! Bin immer noch hinter ihr her! Bleiben Sie an ihr dran! Die Dächer sind nicht endlos! Die Dächer sind nicht endlos! Sie sind für offen! Sie werden Sie geliehen! Die Dächer sind nicht endlos! Sie sind nur in den Garten zu autonom. Sie sind auch in der Dächer ... Auf der N Пока! Was ist das? Das war's für heute. Ich weiß, wohin sie will, Globentrop. Sie wird zum Wayne Tower. Der Rat war fast entlarvt, Talia. Es war vorbei. Und du ermordest Jacob Kane? Nein. Wir haben ihn ermordet. Die Liga der Schatten dankt dir für die Zusammenarbeit. Bruce war nie so nützlich. Du änderst dich nie. Ich wusste, du bist noch in der Liga. Seit wann war das geplant? Jahrzehnte. Ich habe eine klare Vision, die meinem Vater fehlte. Und ohne ihn kann die Liga ihr Potenzial entfalten. Dann töte doch gleich Raz. Wär schneller gewesen. Das war nicht nötig. Na gut. Und jetzt, Talia? Klatschen wir uns bis nach Nandapaba zurück ab? Das Orchard Hotel war nur der Anfang. Unser Werk wird als Leuchtfeuer dienen. Als Warnung vor dem, was kommt. In einem Blutbad befreien wir erst diese Stadt von Korruption und dann die Welt. Ein paar Tipps. Erstens, ein bisschen klischeehaft. Zweitens, fang neu an und mach alles anders. Dann halte ich mich kurz. Ich habe dich leben lassen, weil du nützlich warst. War es nicht so, dass du meinem Liebsten seine Größe verwehrt hast? Ich war nach dir noch da, Talia. Er wusste, was du warst. Er hat dich gesehen und gehasst. Auch Bruce würde dir sagen, dass nichts diese Abrechnung aufhalten kann. Lebe wohl. Das war nicht so, dass du mein Liebsten. Wenig Aktivität auf dem Polizeiscanner. Kehren Sie zum Glockenturm zurück, wenn Sie bereit sind. Schau! Ich wusste, sie ist hinterlistig. Wir hatten Jacob in Gewahrsam. Wir wollten ihn endlich einbuchten. Und jetzt hat sie alles, was sie für die nächste Phase ihres Plans benötigt. Sie schnappt sich erst unsere Mitstreiter, um uns aus dem Weg zu gehen. So ist es. Deshalb habe ich sie bereits gewarnt. Lucius versteckt sich mit einem kleinen Sicherheitsteam an einem sicheren Ort. Und Montoya umgibt sich mit Vertrauen. Das reicht nicht. Ohne uns gehen Sie drauf. Angriff wird der Liga. Überall in der Stadt. Es hat schon begonnen. In fünf Zügen bin ich matt. Nächstes Mal gewinne ich. Bruce Schachspiel. Ich habe es selbst geschnitzt. Die Springer mit Fledermaus-Ohren. Das weiß ich doch. Jason hat nicht gerade gut gespielt, ha? Mit meiner zweiten Dame war mir der Sieg so gut wie sicher. Ich wandle einen Bauer nicht gern in eine Dame um. Dann wählen Sie wohl einen Springer. Das hat Bruce immer gemacht. Nicht sehr subtil, selbst für ihn. Ich mag den Turm lieber. Ein Beschützer. Eine wichtige Figur. Aber er wird unterschätzt. Der Gegner achtet auf andere Gefahren. Aber dann... Schachmatt. Und... Die Rochade ist quasi Teleportation. Wie unorthodox. So gewinnt Robin eben. Sieh mal, Tim. Ich öffne die Dose, ohne euch alle mit Tomaten zu bespritzen. Ha, ha. Das war nicht meine Schuld. Hey, die Soße war trotzdem gut. Ja, hat allen geschmeckt. Jason, zack, zack. Jemand muss die Zwiebeln schneiden. Keine Soße ohne Zwiebeln. Klar. Da fehlt noch etwas Pfiff. Ich hab ne Idee. Werdet ihr mögen. Und extra Knoblauch, bitte. Das gefällt mir. Ja, ich hab ne Idee. Gotham hat mich gerufen. Und ich folge dem Ruf. Ich werde es nicht im Stich lassen. Und ich vergesse nicht. Es gibt Probleme. Talia hat die Liga auf einige unserer wichtigsten Verbündeten angesetzt. Sie weiß, wer uns hilft. Sie brauchen Hilfe. Schnell! Schickt mir Ihre Standorte. Schon erledigt. Eure Ninja-Freunde haben uns auf dem Dach von Major Crimes festgesetzt. Wir brauchen Hilfe! Keine Sorge, Montreuer. Die Kavalerie ist unterwegs. Was soll ein Krieg? Ist das dein Platz? Vielleicht seid ihr Rächer ja doch okay. Manchmal. Ich verstehe euer Misstrauen. Aber ich verspreche, wir sind die Guten. Alles in Ordnung? Was zur Hölle sollte das? Ich dachte nach Jacobs Tod wäre der Bandenkrieg vorbei. Und jetzt haben die es auf uns abgesehen? Die Liga wird immer dreister. Sie schalten jeden aus, der ihn in die Quere kommen könnte. Okay, aber wenn du weißt, was sie hier tun können, mach doch bitte was. Das ist der Plan. Gut. Commissioner Kane wird einen Bericht haben wollen. Viel Spaß. Das sind die Liga. Ich bin ja, das soll zu viel kommen. Danke. Körner. 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 Ich pack das, Bruce. Die Liga hat es auf Dr. Tompkins abgesehen. Sie hat sich im Krankenwagen verschanzt. Aber der schützt sie nicht lange. Die Liga hat es auf Dr. Tompkins. Die Liga hat es auf Dr. Tompkins. Wenn ich die Freaks überlebe, dann auch das hier. Sie sind wirklich tough. Trotzdem sollten Sie sich eine Weile bedeckt halten. Ich verstecke mich nicht. Die Leute brauchen mich. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Idioten mit Schwertern einschüchtern. Na schön. Aber wenn Sie Verstärkung brauchen, melden Sie sich bei uns. In Ordnung. Nochmals. Vielen Dank. Glockenturm, ich habe Jader bei unserem Liga-Problem geholfen. Sie wollten sich wohl absichern. Gut, dass du da warst. Red Hood, ich bin's, Lucius. Die Liga der Schatten wollte mich entführen. Ich konnte entkommen, aber mein Sicherheitsteam ist tot. Verflucht. Schick mir deinen Standort. Bin gleich da. Mein aktivierter Schild hält sie erstmal in Schach. Aber wer weiß, wie lange. Einheiten bei Fox Tacker benötigt. Da geht heute Nacht was Seltsames vor. Vorsicht. Diese Deppen lernen's nie. Wie kommt die Spinne, um sich Prügel einzufangen? Echt nette Technik. Noch mehr? Na gut. Da unsere Verbindeten nicht mehr in Gefahr sind, können Sie zum Glockenturm zurückkehren. Danke. Ich dachte wirklich kurz, ich wäre erledigt. Alles okay? Geht schon. Ich hab Fox Tacker benachrichtigt. Ein anderes Team ist bald hier. Ich muss ein paar Anrufe tätigen. Wenn ich geahnt hätte, was passieren würde... Ich lass ihn nicht davonkommen. Okay. Das wird wieder. Mit der Zeit. Ich kann ein paar Minuten allein. Ja. Ja. Ich hab all meine Netzwerke durchsucht. Nirgends eine Spur von Talia. Die Liga ist immer noch in Gotham. Sie ist hier. Wir müssen sie nur finden. Diese verfluchten Ninjas. Also, Leute. Das ist echt komisch. Komisch wie untote Talents, die wieder aufstehen? Oder komisch wie... Kann ich dieses Scheißspiel nicht einmal gewinnen? Naja. Komisch ist diese Stromverteilung, die ich getrackt hab. Aber dann gab's Schwankungen und jetzt... Hab ich, glaub ich, Talia gefunden. Was hast du da getrackt? Zuerst nichts Ungewöhnliches, aber jetzt... Wow. Da wird echt ne Menge Energie angezapft. Das muss nicht unbedingt was heißen, Papa. Aber... Der Strom wurde umgeleitet. Hierhin. Dachte Akem, wir leer. Also, ich mein... Eingestürzt. Es steht eigentlich seit Jahren leer. Aber mit unserer vermissten Ninja-Freundin... Ja. Sie ist erst ein paar Wochen da. Vielleicht wird's nicht so schlimm. Oder... Es ist ne Falle. Sie lässt sich nicht einfach finden. Aber es ist eine Spur. Wir haben eine Spur. Ja. Talia war nicht nur da, um uns zu ärgern. Sie hängt noch was anderes aus. Tja. Es ist wohl Zeit, zu dem Aspestverseuchten Loch zurückzukehren. Glockenturm, Robin. Fast in Aachen. Verstanden. Halten Sie den Kontakt. Es brennt Licht. Ist jemand da? Der Laden hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Liga muss das arrangiert haben. Wo sind sie jetzt? Bis auf Spinnenweben und Schlamm. Sieht das Labor dem von Langström ähnlich. Glockenturm, ich hab einen großen Tank gefunden. Wofür halten wir das? Das gehört zu Langströms Forschung. Langström hat insgeheim für die Liga gearbeitet. Talia würde seine Forschung niemals vergeuden. Talia hat Langströms Methode irgendwie überspitzt und an Freiwilligen der Liga experimentiert. Durch die Versuche haben die Probanden unglaubliche Kräfte entwickelt. Sie haben Schalltests im Turm des Anwesens durchgeführt? Aber warum? Lade jetzt die Daten runter. Glockenturm, wir haben keinen Strom. Auf den Plänen ist ein Stromkasten irgendwo im Keller hinter einem alten Hochsicherheitstrakt. Glockenturm, ich schicke Labordaten rüber. Das ist alles, was ich bis zum Stromausfall hatte. Kannst du mal reinschauen und sagen, ob wir uns wegen irgendwas Sorgen machen müssen? Alles klar. Wir kümmern uns. Was für ein absolut elender Ort. Was für ein absolut elender Ort. Batman hat hier viele Schurken eingebuchtet. Hier spukt es wirklich. All die Insassen, die dort gestorben sind. Nicht hilfreich. Und wir haben... Okay, ich kann nicht mehr zurück. Strom im Turm. Die Pflicht muss ihre Aufmerksamkeit geweckt haben. Glockenturm, die Liga ist definitiv hier. Und sie wirkt nicht erfreut. Gut, dann sind wir auf der richtigen Spur. Ich muss da irgendwie hoch. Anscheinend führen Stromkabel zum Turm. Der Aufzug. Unglaublich, dass Arkham immer noch steht. Wer das Fundament gebaut hat, hat gute Arbeit geleistet. Dort geht's zum Turm. Alte Oszilloskope. Cool. Menge Daten. Was hat Talia hier getrieben? Ist es okay. Das ist das? Es ist eine große Herausforderung. Gut. 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 Ja, das war's. Hm. Damit wurden Schalltests an den Freiwilligen durchgeführt. Um sie zu kontrollieren. Äh... Das Geräusch kam aus dem Labor. Glockenturm hier. Daten sind gecheckt. Dann siehst du, was ich gesehen habe. Thalia hat eine Lazarusgrube. Langstrom hat ihr den Weg geebnet. Ganz recht. Aber wo ist die Lazarusgrube? Sicher in der Nähe. Direkt unter Gotham. Der Tank! Der Tank! All night. Ganz ruhig, Robin. Es hat bestimmt mehr Angst vor dir als... niemals nicht mehr, und es besteht deutlich mehr, ob die Schwierigkeiten haben. Dann wollen sie nicht mehr, Oh ja, das ist richtig. Da ist ein Schrauben. Ha! Dannest du keine Begriffe zur Zune. Wie geht's? Das ist mal was Neues. Nicht standen für etwas, das es nicht geben sollte! Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Oh nein! Sind Sie da? Melden Sie sich. Rufen Sie Lucius an und schicken Sie die Drohne. Ich treff Sie unterwegs. Los! Alfred? Wie bin ich? Wissen Sie, Sie sollten mit diesen Verletzungen besser nicht kämpfen. Chaos in Gotham City nach einem weiteren brutalen Angriff im Robinson Park. Nach Berichten über fliegende Wesen, die in der Stadt wüten, bitte die Polizei Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben. Ich muss da draußen kämpfen! Die anderen sind auf Patrouille. Wenn Sie so weit sind. Das bin ich. Ich habe mich bewährt, als du mich trafst. Als ich Bruce' Identität erkannte. und Dix. Ich habe gelernt, ein Held zu sein, indem ich einem Helden diente. Ich war der Robin, den Batman brauchte. Nach allem, was passiert ist. Bin ich der Robin geworden, der ich sein muss. Sie wissen sicherlich schon, was getan werden muss. Thalia versteckt unter der Stadt eine Lazarusgrube. Sie denkt, dass sie gewinnt. Ich muss sie leider enttäuschen. . . . Während Sie sich um die Man-Bats kümmern, suchen wir nach der Quelle des Signals, das Sie steuert. Du bist schon, dass du im Arsch bist. Du bist schon, dass du hier bist. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was ist das? Was ist das? Die landung hast du wohl nicht über. 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 War sicher schweres Wasser der Lazarusgrube den ganzen Weg zu schleppen. Die landung hast du wohl nicht über. 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 Ich weiß über Haken Bescheid. krank. Krank. Selbst für dich. Wusstest du, Wusstest du, Kindchen, dass eine Lazarusgrube mehr kann, als Menschen vor dem Tod zu bewahren. Sie hat viele Zwecke. Tatsächlich kann eine Lazarusgrube einen Geist formbarer machen. Empfänglicher für Vorschläge. Oh, erzähl mir mehr über die Wunder der Lazarusgruben. Manchmal geht es nicht nur um die Armee, sondern um den richtigen General, um sie zu führen. Was? War ich nicht gut genug? Wie schade. Du konntest Gotham nicht retten. So wenig wie dein geliebter Batman. Ich hab das Problem endlich gelöst. Die vielen Kontakte zur Lazarusgrube haben meinen Vater leider verrückt gemacht. Aber ich habe diesen Kontakt genutzt, um Bruce von seinem lächerlichen Schwur zu befreien. Und du bist genau, was wir brauchen. Bruce letzter Test. Dann führen wir die neue Liga zum Sieg und schaffen die Welt neu. Besiege diesen Heuchler. Hole dir die Stadt zurück, die dir gehört. Bruce. Hör nicht, Herr See. L 오랜만ig! Ethan. Äsht... Wie sicher ist, kann ich her? Wollend! Komm schon, Bruce. Lass Talia nicht gewinnen. Kämpf dagegen an. Du bist tot. Sie sagte, sie hätte nicht getötet. Nette Versuch. Aber ich lebe noch. Du bist nicht echt. Nicht mal an. Nicht mal her. Ja! Ja! Du hast mich vor dem Abgrund bewahrt, Bruce. Mir das Töten ausgetrieben. Erinnerst du dich? Nein! Alle Schüler! Es ist die Wahrheit! Ich bin's, Jason! Ich lebe! Und du, du musst zurückkommen! Ich lebe! Was ist das? Nein! Du musstest also unbedingt selbst sterben. Hättest du mir nicht einmal glauben können? Guck! 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 Tristan! Gut. Gut, du erkennst mich also. Bleib jetzt ruhig. Die Lazarus-Grube zwingt dich in den Überlebensmodus. Ich kann nichts versprechen. Hey, schau mich an. Du hast mich nie aufgegeben und ich gebe dich nicht auf. Los. Talia wollte dich mit der Lazarus-Grube brechen. Weißt du noch, wie du mich zurückgebracht hast? Diesmal musst du darum kämpfen. Nein! 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 Berichte, Tristan. Wir haben den Längstunfall gelöst. Wir alle. zusammen. Aber der Rat der Eulen ist real. Du hast ihn. Wir haben die Stimme dazu geholt als... Los. Wir verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn man uns so sieht. Du musst wirklich niemandem was beweisen. um wenigstens mehr. Gehen wir. Talia ist später dran. Ja. 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 Du solltest nur stillstehen, mein Liebster. Lass mich diese Last um unser beider Willen loswerden. Nein! Bitte, Bruce. Du darfst nicht. Du bist dran, Jason. Ich weiß, du gibst nicht auf. Ich hätte dich im Grab lassen sollen. Um seinet Willen töte ich dich nicht, Talia. Aber das Ganze wird dir deutlich mehr wie tun als mir. Ich töte dich. Gib einfach auf. Ich werde dich töten. Ich töte dich. Egal was zwischen uns war. Du wirst niemals sieben. Das ist dein Schicksal. Verflucht. Du besiegst mich niemals. Du wirst mich nie mehr enttäuschen. Und jetzt mache ich dich kalt, Red Hood. Du bist nicht wichtig. Oh! Das ist dein Ende. Was war so lustig? Dich. Mein lieber Jason. Konzentriert darauf, mich zu erwischen. Hast du deinen eigenen Verfolger übersehen. Oh nein. Du bist schuld, Talia Al Ghul. Deine Abscheulichkeit hat uns hergeführt. Und jetzt werdet ihr beide sterben. Der Tod besucht keine Al Ghul. Oh, scheiße. Die Zeit ist zu beenden. Du leidest ohne Grund. Die Zeit ist zu beenden. Du leidest ohne Grund. Ne. Oh, scheiße! Du wirst dich nie mehr enttäuschen. Du wirst mich nie mehr enttäuschen. Wir werden fallen, wie so viele vor euch. Verdammt! Ihr seid so erbärmlich. Du wirst meine Pläne nie widerstehen, ihr Kinder. Mein Liebster, hab ich wohl gut trainiert. Es ist vorbei. Jetzt unserer Beute. Ich hasse den Kerl jetzt schon so sehr wie den Letzten. Sei tapfer. Dein Tod hat einen Sinn. Du stimmst, weil ich dir Rat für immer rege. Du willst diese Erlatschungsgrube? Versuche es ruhig. Los! Verliegen wir den Blackboard. Bruce. Das war's. Ihr seid ohne mich gewachsen. Werdet eure eigenen Helden. Die Ritter hat die Gotham braucht. Gemeinsam seid ihr stärker als Batman-Eschieber. Ich bin stolz für euch alle und... Es tut mir leid. Was machst du da? Du solltest weglaufen. Du solltest weglaufen. Es waren nie Gotham-Förmlöcher, die ich fürchtete. Sondern euch. Die Unersättlichen reichen. Politiker, die eure Forderungen erfüllen. Polizisten, die denjenigen wehtun, die sie schützen sollen. Die Lazarusgrube kriegt ihnen in den Händen. Ich lasse es nicht so. Ich lasse es nicht so. Die Lazarusgrube ist weg. Ein Haufen Asche. Der Rad tauchte nach der Zerstörung der Grube ab. Größtenteils. Nur eine Frage der Zeit, bis er wieder auftaucht. Talia hat sich aus dem Staub gemacht. Irgendwo versteckt plant sie ihren nächsten Schritt. Sie ließ ein paar Marionetten der Liga zurück, die uns überwachen sollen. Oder beschäftigen. Beides wahrscheinlich. Das Batwing-Wrack. Wir haben es inspiziert. Er ist tot. Gotham braucht mich. Der Rad wird versuchen, es zu vertuschen. Also alles wie immer. Doch nicht nur sie beobachten. Jacob Cain bloßzustellen, war nur der Anfang. Der Rad der Eulen terrorisiert die Stadt seit Jahrhunderten. Und er wird nicht aufhören. Doch die Zeiten, in denen darüber geschwiegen wurde, sind vorbei. Ich finde jeden einzelnen von ihnen. Und wird ihre Verbrechen aufdecken. Bürger Gothams. Ihr verdient es, ohne Angst zu leben. Ich schwöre. Ich höre nicht auf zu kämpfen. Bis ihr es könnt. Ich bin so groß. Ich bin so groß. Ich muss gleich groß. Ein weiteres seismisches Ereignis beim Wayne Manor beunruhigt Gotham. Das zusammengestürzte Anwesen des verstorbenen Bruce Wayne ist seit Anfang des Jahres für die Öffentlichkeit geschlossen. Seitdem spekulieren viele, was aus dem ehemaligen Zuhause des Milliardärs wohl werden wird. Noch immer wächst beim Anwesen eine provisorische Gedenkstätte zu Ehren Waynes, was den Stadtrat dazu veranlasste, eine dauerhafte Einrichtung zu erwägen. Die durch Waynes Tod entstandene Lücke zu füllen wird schwieriger als gedacht, sowohl im wörtlichen als auch im sprichwörtlichen Sinne. Doch das wird die Stadt, die ihn geschätzt hat, nicht von einem Versuch abhalten. Ich bin Nor Rashid auf GCN, Gothams zuverlässige Quelle für alles Wichtige. Wenn ihr das hier seht. Ich bin Batman. Bin ernstig? Alfreds Essen steht seit einer Stunde auf dem Tisch. Wie viele Versionen willst du denn noch aufnehmen? Sag ich dir gleich. Im Falle meines Todes durch die Hände von Crazy Quilt? Ist das dein Ernst? Und was ist im Falle meines Todes? Durch Verhungern? Hörst du das? Du vernachlässigst den armen Jungen. Du hast versprochen, dass wir gemeinsam essen wie eine echte Familie. Fang schon mal an, ich bin gleich da. Ups, das wollte ich nicht. Aber jetzt, komm schon. Das hier ist äußerst wichtig. Jetzt komm endlich! Oder steht, ich hab nichts gegessen und bin verhungert auch auf deiner Videoliste. Hör zu. Wenn du wissen willst, wie es ist, tot zu sein, dann frag mich einfach. Oh, das kann was werden. Dafür brauchst du mein Passwort. Bist du sicher? Ja. Bist du sicher? Bist du sicher? Beste für mich.